Tagebuch Ostfront Herosgruppe Süd Oktober 1942 Die Tage vergehen und die Lage bleibt angespannt. Die Panzerkräfte schmelzen dahin und der Kraftstoff ist schon so knapp, dass wirklich nur begrenzte Vorstöße durchgeführt werden können. Es wird immer kälter und ich bin oft bei Schmidt in der Schreibstube. Hier kriege ich die Informationen die ich brauche um mir selbst einen Überblick über die Situation an der Front zu machen. Als ich mit dem Spieß vor der Baracke stehe und eine Zigarette rauche, hält ein Kübelwagen und ein Lkw auf der Straße. Ein Leutnant springt heraus und ich erkenne den Leutnant Fuchs. Wir grüßen zackig und er erkundigt sich nach dem Pionierzug des Regiments. Teile davon sind hier in Mostoc und die Informationen geben wir ihm auch. Er möchte mit dem Kompaniechef sprechen und wir lassen ihn dann auch in die Baracke gehen. Kurz darauf kommt er heraus und fragt mich, ob ich nicht mitkommen möchte. Wohin und warum war meine höfliche Frage? Er antwortet, dass wir die kleinen Verbrecher jetzt jagen und wir das Rattenloch ausheben wollen. Dafür bräuchte ein paar Pioniere, denn dort sind sicherlich ein paar Überraschungen für uns vorbereitet. Ich bin hin und her gerissen zwischen Pflichtgefühl und der Aussicht kleine Kinder in den sicheren Tod zu schicken. Na los kommen sie mit, meint der Leutnant Fuchs. Doch der Spieß sieht mich zögern und schnell sagt er, dass ich noch zum Hauptmann muss. Ich hätte keine Zeit. Der Leutnant Fuchs dreht sich um, springt in seinen Kübel und ruft noch, dass ich beim nächsten Mal dann dabei wäre. Mir ist nicht wohl bei der Sache, aber ich bedanke mich beim Spieß für die Hilfe. Wer weiß schon was jetzt kommt, da muss man nicht dabei sein. Ich mache mich auf dem Weg zur Panzerwerkstatt und spreche mit den Mechanikern. Wir überlegen wie man den Panzerschutz am Turm verbessern kann und ob Kettenlieder dort oben wenigstens die Panzerbüchsengeschosse aufhalten könnten. Einige Haken werden an die Türme geschweißt und die Kommandanten können dann selber entscheiden ob sie die Kettenlieder dort einhängen oder nicht. Am Abend sitzen wir zusammen und ich zeichne meine Karte aufgrund der Informationen die ich bekommen habe. Der Russe drückt im Süden, also nichts Neues. Weiter im Osten ist die Frontlinie stabil, da wir die Packhöhe halten und die Höhe 113 als Beobachtungsposten nutzen. Auch in Ordnung. Links und rechts vom Lenin Kanal werden immer wieder Angriffskeile vorgeschoben, die aber aufgrund der nicht sehr angriffsfreudigen Infanterie zusammenbrechen. Wir stellen auch fest, dass jetzt Aserbaidschaner, Georgier und Armenier uns gegenüber liegen. Viele Überläufer aus dieser Volksgruppe wurden sicherlich zum Kämpfen gezwungen. Arme Schweine aber Feind ist Feind. Im Norden haben wir noch Stalingrad, das sollte bald im Sack sein und dann kann der Russe eh einpacken. Hoffentlich ist das durch bevor es wieder richtig kalt wird. Wobei gefrorener Boden das lässt den Nachschub rollen. In den nächsten Tagen fahren wir als Feuerwehr mit unserem Panzer III so weit es der Kraftstoff zulässt mit der Infanterie raus und begradigen die Frontbögen oder verbessern unsere Abwehrstellung. Ich hoffe nicht, dass es hier jetzt nicht weiter geht. Wir brauchen Panzer und Personal um hier noch weiter durchzustoßen. Mal sehen was da noch kommt. Wir werden abkommandiert mit einer kleinen Kampfgruppe einen begrenzten Vorstoß zu unternehmen. Acht Panzer und vier Schützenpanzerwagen sollen ein Angriffskorridor der Russen abriegeln und die Frontlinien von Süden nach Norden aufrollen. Wieder haben wir zwei Panzer lang dabei, ein paar kurze Vierer, naja und auch uns. Wir bleiben mit den Dreiern im Hintergrund und geben Deckung wenn es halk wird. Wir haben hier überall gut befestigte Stützpunkte und dazwischen spukt der Russe rum. Da sollen wir ran, da sollen wir den Laden zumachen. Leider gab es kaum Aufklärung und wir fahren ins Ungewisse. Aber gut wir haben ordentlich Stahl dabei und der Angriff rollt. Es dauert auch nicht lange und wir kriegen in der Nähe des Zuckerhutes Packfeuer. Bestimmt 10 Packs feuern auf uns und wir haben nur Glück dass die nicht gut zielen. Der Artilleriebeobachter gibt schnell die Koordinaten durch und nach kurzer Zeit liegt die Packfront unter dem gezielten Vernichtungsfeuer der Artillerie. Das klappt ja und wir können 40 Mann und drei Offiziere gefangen nehmen. Die Geschütze sind zum großen Teil im Eimer und bleiben liegen. Weiter geht es und wir kommen wieder an ein unübersichtliches Gelände und nun rauscht es auch schon wieder heran. Stalinorgeln schießen in unseren Bereich. Alles geht in Deckung und wir hoffen gut aus der Sache herauszukommen. Schon schüttelt es den Panzer und wir stehen. Motor aus, meint Hermann, kriegt ihr nicht mehr gestartet. Wenigstens brennen wir nicht. Noch weitere 5 Minuten und dann ebbt das Feuer ab. Ich mache die Luke auf und schaue mir die Bescherung an. Scheinbar ein Treffer im Motorblock oder ein dicker Splitter, ich weiß es nicht. Kühlwasser läuft aus und Gott weiß, was ist kaputt gegangen. Ein weiterer Panzer 4 Kurz ist außer Gefecht gesetzt und ein Langrohr hat die Kette verloren. Ich melde den Schaden an den Leiter der Kampfgruppe und wir sollen auf die Inst warten. Wir helfen am Langrohr die Kette aufzuziehen. Mit Paul, dem Richtschützen von Schlüters Besatzung, den ich gut kenne und beneide ziehe ich die Kette mit der langen Brechstange auf, die anderen helfen schieben und drücken damit es weitergehen kann. Der Fahrer fährt auf Kommando an, der Panzer springt vor, die Brechstange wird mit enormer Wucht aus der Kette geschleudert und dem Richtschützen Paul in den rechten Arm gerammt. Glatt durch den Oberarm, aber wohl nur der Muskel zerrissen und kein Knochen gebrochen. Alles voller Blut, aber es scheint schlimmer auszusehen als es wirklich ist. Was ein Mist. Wir verarzten ihn und der Kommandant Oberfeldwebel Schlüter ruft mir zu, ob ich als Richtstütze einsteigen kann. Ich hatte ja schon Erfahrung auf der 7,5 Lang. Ich schaue meine Besatzung an und die ermutigen mich einzusteigen. Sie würden den Panzer und den verletzten Richtschützen mit zurücknehmen. Ich nehme mein Zeug und klettere in den Panzer 4. Es wäre schön wenn es ohne einen verletzten gelaufen wäre, aber auch so kann ich endlich dieses scharfe Schwert zum Gegner tragen. Es geht weiter. Noch 6 Panzer und 3 SPW rollen weiter. Ein Panzer Spähwagen kommt noch dazu und soll das Vorfeld aufklären. Der rauscht ab und verschwindet in einer Staubwolke. Schlüter gibt mir noch Instruktionen, dass ich auf erkannte Ziele selbstständig feuern kann, aber wenn er mir auf die Schulter klopft soll ich abwarten. Das sollte klappen. Über Funk bekommen wir die Information, dass ein größerer Verband vor uns liegen soll. Also wieder Luken zu und in Keilformationen. Schon kriegen wir Feuer, aber es sind diesmal keine Packs. T34 und BT sowie ein KW stehen uns gegenüber. Frontal werden wir dann nichts, also teilen wir uns auf. Die wenige Geschosse gehen in unsere Richtung. Schießhalt wird befohlen und ich habe den ersten Turm eines T34 in der Optik. Abschuss, man sieht das Geschoss zum Gegner rauschen und der Treffer lässt den Turm des T34 auf halb 8 stehen. Nächsten Panzer anvisieren, ein BT7. Fährt einfach aus der Deckung hoch um die Schützenpanzerwagen anzugreifen. Keine gute Idee. Er quält sich den kleinen Hang hinauf und zeigt mir auf 1000 Meter die Breitseite. Ich ziehe ab und an einem Feuerball platzt der Panzer auseinander. Nun habe ich aber auch die komplette Aufmerksamkeit der Russen und ein wahrer Geschossregen prasselt auf uns ein. Kein Schaden, aber sehr sehr laut. Es klauft auf meine Schulter, im Funk höre ich den Kommandanten sagen, der KW, der KW, nimm den Rudolf, sonst rollt er unsere linke Flanke auf. Der Turm dreht, der Ladeschütze gibt Zeichen und ich ziele auf den Turm des Brocken. 800 Meter. Ich schieße und das Geschoss kratzt nur am Turm entlang. Das Ungetüm rollt weiter, aber der Turm zeigt noch nicht in unsere Richtung. Zweiter Schuss, diesmal unter dem Geschützruhr durchgegangen, also muss ich doch die Wanne anvisieren. Der dritte Schuss sitzt und der Koloss steht. Aber der ist noch nicht außer Gefecht. Auch die Panzer 3 und die Stummel feuern jetzt auf den Stahlblock, kommen aber nicht durch. Ich nehme mir nochmal Zeit. Viel Zeit. Justiere nochmal nach. Überlege wo die letzten Treffer saßen. Rechne und dann schieße ich. Volltreffer, der ist hin. Er qualmt und die Besatzung türmt. Wir rollen weiter. Die Besatzung beglückt wünscht mich zu den drei Abschüssen. Stimmt ja, ich wollte mir das ja aufschreiben. Wir kämpfen die restlichen Russen gnadenlos nieder. MG Nester werden überrollt. Lkw mit MG Feuer in Stücke geschossen. Russen springen aus zerstörten Unterständen und fallen im zusammengefassten Feuer. Munitionsstapel explodieren und die Kraftstoff Lkw explodieren in den Himmel. Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Und wir halten an. Aber der Preis ist wieder mal hoch. Drei Panzer als Totalverluste, vier Tote und vier verletzte Panzermänner. Ein SPW ist noch fahrfähig und die Infanterie hat auch zehn Mann verloren. Aber wir haben jetzt in dieser Ecke Ruhe und die Gefangenen werden von den nachrückenden Kosaken zusammengetrieben. Ich stehe im Turm und schaue mir das an. Die Kosaken gehen mit den Russen nicht zimperlich um. Das scheint ein tiefer Hass zu sein und der deutsche Offizier bei den Kosaken hat alle Hände voll zu tun, dass es nicht noch brutaler zugeht. Wir wollen zurück, denn wir werden wohl bald wieder gebraucht. Gegen Abend sind wir wieder in Mostok. Ich klettere aus dem Langrohrpanzer und die Besatzung bedankt sich für meinen Einsatz. Eine Pulis Schnaps wird rausgeholt und macht die Runde. Oberfeldwebel Schlüter freut sich, dass er jetzt schon 14 Abschussringe an der Kanone hat. Ich schaue mich nach meinem Panzer um und gehe zur Instandsetzung rüber. Einen Splitter im Motorblock hat eine Menge durchschlagen, der kleine Mistkerl, meinte der Unteroffizier im Instandsetzungszug. Ersatzmotor müssen wir erstmal organisieren, ansonsten hast du erstmal Pause Rudolf meint er noch zu mir. Meine Besatzung ist auch da und ich erzähle was passiert ist. Glückwünsche hageln auf mich ein, aber auch etwas Wehmut, denn ich weiß, dass die Besatzung jetzt als Ersatzmannschaft aufgeteilt werden wird, bis unser Panzer wieder einsatzbereit ist. Nun denn, so ist es eben. Ich muss nun bald mal in die Unterkunft. Da kommt auch schon Schmidt angefegt, sofort zum Kompaniechef soll ich und ich mache mich eilig auf den Weg. Als ich reingehen will, kommt mir der Oberfeldwebel Schlüter gerade entgegen und grinst mich an. Bis dann Rudolf meint er noch und geht weiter. Komisch. Ich melde mich pflichtgemäß beim Hauptmann und warte ab was nun schon wieder los ist. Die Tür geht auf und der Regimentskommandeur ist da. Der Herr Oberst Freiherr von Liebenstein mustert mich und ich werde ganz nervös. Er fragt, ob ich der Teufelsgerl mit dem T34 wäre. Dann zählt er noch ein paar weitere Einsätze der letzten Monate auf. Ich nicke schnell und merke, dass ich langsam ins Schwitzen komme. Er schaut auf die Abzeichen an meiner Brust und fragt wie viele Abschüsse ich schon hätte. Nun muss ich erstmal eine Gegenfrage stellen. Ob er meint Abschüsse als Richtschütze oder als Kommandant. Er wollte alle Abschüsse wissen und ich antworte mit den dreien von heute sollten es dann schon 24 sein. Der Hauptmann lächelt und der Herr Oberst zieht die Augenbraue hoch. Obergefreiter Pedersen stillgestanden donnert es in meine Richtung. Ich hüpfe fast und stehe stramm. Mit Wirkung vom heutigen Tage befördere ich sie wegen Tapferkeit von dem Feind und vorbildlicher Flüchterfüllung zum Unterobizier. Dass ich rühren soll höre ich gar nicht mehr. So erschrocken bin ich. Der Oberarzt erklärt mir noch, dass die Papiere beim Hauptmann liegen und dass er sich für diese Berlin Geschichte einen Dreck interessieren würde. Mit den Worten klopft er mir auf die Schulter und verlässt den Raum. Der Hauptmann gratuliert mir und auch der Spieß und Schmidi sind reingekommen und natürlich kreist wieder eine Flasche. Was für ein Tag. Erfolgreicher Angriff mit dem Langrohr. Meine Besatzung unverletzt und jetzt noch befördert. Ich denke das wird ein langer feuchtfröhlicher Abend werden. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd November 1942. Wir haben noch ein paar Tage Ruhe in Mosdok bevor wir wieder genug Kraftstoff und Panzer haben um größere Vorstöße zu machen. Ich bin oft in der Werkstatt und habe mich mit den Mechanikern schon etwas angefreundet. Die kennen unsere städlernden Schlachtrosse in und auswendig aber im Kampf mussten sie sich noch nicht bewähren. Aber ich denke so leistet jeder seinen Teil und auch wenn die Männer gerne mal an den Feind gehen würden, wäre doch der Instandsetzungsoffizier nicht begeistert auf diese Weise seine Leute zu verlieren. Als Unteroffizier bin ich nun in der Abteilung unterwegs. Viel hat sich aber nicht geändert. Die anderen Mannschaften die ich schon lange kenne bleiben dabei und gehen mit mir um wie immer. Die alten Feldwebel und Oberfeldwebel haben fröhlich gratuliert und waren alle einer Meinung dass es längst überfällig gewesen wäre. Nach dem Abend mit Schmidt und dem Spieß war der nächste Tag doch etwas anstrengend. Aber die kalte Luft die der nahende Winter bringt konnte einem den Kopf sehr schnell wieder zurechtrücken. Einige Briefe habe ich nach Hause geschrieben und natürlich musste ich gleich meinem Vater und auch Gudrun mitteilen, dass ich befördert worden bin. Besser kann es nicht sein, das waren endlich mal gute Neuigkeiten. Wir haben nach der Lagebesprechung mit gemischten Gefühlen zusammengestanden. Hier sind wir nun so weit gekommen, aber irgendwie geht es nicht weiter. Überall brennt es und die Führung kann sich nicht entscheiden was als nächstes gemacht werden soll. Weiter gern Osten stoßen, eher im Süden vorgehen und den Gegner umfassen, was ist mit Stalingrad und so weiter. Kleine und mittlere Erfolge unserer Abteilung scheinen den Divisionsstäben einen falschen Eindruck der Lage zu verschaffen. Sobald ein Vorstoß mit vielen Gefangenen oder erbeutetem Material gemeldet wird, sollen wir gleich nachrücken damit der Russe nicht zur Ruhe kommt. Aber der Russe schmeißt dann alles auf diese Einbruchstelle, massiert die Pax und wir holen uns eine blutige Nase. So werden wir hier nichts. Wenn Stalingrad nicht bald im Sack ist, dann wird es eng, nicht nur an der Nordflanke. In zwei Tagen geht es wieder los, meine Besatzung ist wieder zusammen und wir kriegen unseren Dreier bald wieder. Ich würde natürlich gerne im Langrohr weiterfahren aber da ist jetzt ein anderer Richtschütze als Ersatz eingeplant. Der Zugführer will mich lieber als Kommandanten haben und nicht als Richtschütze. Ich bin am Nachmittag wieder an der Panzerwerkstatt und helfe Herbert beim Schweißen am Turm. Wir kommen gut voran und es bringt mir Spaß hier zu helfen. Ich stehe seitlich am Turm und halte die Haken mit der Zange und Herbert der schweißt die Dinge an. Ich schaue gar nicht mehr hin und halte mich mit der rechten Hand am Turmlug fest. Das ist nicht verriegelt und knallt auf einmal zu. Meine Hand dazwischen ein Höllenschmerz und ich lasse auch die Zange los. Der Stahlhaken fällt mir auf den Fuß. Ich ziehe den weg und stolpe rückwärts über die Werkzeugkiste. Ich stürze und dann umfängt mich dunkle Nacht. Als ich wieder zu mir komme und die Augen aufschlage, schauen Herbert und zwei weitere Mechaniker zu mir runter. Ich liege halb auf dem Rollkran und mein rechter Fuß ist furchtbar verdreht. Blut läuft mir in die Augen und die Männer helfen mir auf. Ich werde untergehakt und ab geht es zum Sunny. Nach 10 Minuten sind wir endlich am Krankenhörig angekommen und der Oberarzt lässt mir vom Sanitätsfeldwebel die Kopfwunde verbinden. Er tastet mein Bein ab, scheint nicht gebrochen. Unter starken Schmerzen setzt er eine Schiene an und sehr stramm wird ein Verband da rumgewickelt. Die Kopfwunde muss doch genäht werden. Also legt der Feldwebel los und nach 5 Stichen ist auch das schon wieder in Ordnung. Meine Hand. Das sieht wohl schlimmer aus als es ist. Alle Finger noch dran aber stark gequetscht. Die Sehnen scheinen in Ordnung und er macht was er kann um die Hand zu versorgen. Ein paar Schmerzmittel bekomme ich noch und nach einer guten Stunde liege ich im Nazareth und die Schmerzen sind gar nicht mehr so schlimm. Herbert schaut vorbei und erzählt mir nochmal was passiert ist. Er dachte schon ich bin tot als ich unten aufschlug. 30 cm weiter nach rechts und ich wäre voll in die Eisenstangen gefallen die nach oben zeigten. Das wäre was. Zwei Jahre an der Front und dann bei einem Unfall in der Instandsetzung wegen Dummheit verstorben. Das wäre ja peinlich. Aber gut Glück gehabt aber ich denke nicht dass ich damit meinen Panzer fahren kann. Zwei Wochen kein Einsatz meint der Stabsarzt. Da wird sich der Zugführer aber freuen. Gerade befördert und jetzt lässt er sich vom Panzer fallen um nicht mal in die Front zu müssen. Nein das wird schon keiner sagen aber ärgerlich ist es doch. Am nächsten Morgen kommt meine Besatzung vorbei und die können sich das Lachen auch nicht verkneifen. Der Panzerass vom Terek oder der Stolperer vom Turmlug Albert Herrmann noch rum. Aber es ist alles gut gegangen und in zwei Wochen sollte es wieder gehen. Auf jeden Fall kann ich dann wieder im Panzer sitzen. Schmidt kommt vorbei und erzählt mir dass der Hauptmann nicht begeistert ist. Aber Pech ist eben Pech. Nach drei Tagen kann ich endlich auf Krücken aus dem Lazarett raus. Ich habe leichten Dienst und soll mich in der Schreibstube nützlich machen. Da kann ich sitzen und dem Spieß bei dem Papierkrieg helfen. Es ist viel los hier und man bekommt auch sehr viel mit. Den einen Tag kommt der Leutnant Fuchs vorbei, sieht mich und er muss auch grinsen. Er fragt mich ob ich bei der Beförderung so viel getrunken hätte, dass ich betrunken vom Donnerbalken gefallen wäre. Ich kläre mein Missgeschick auf und der Leutnant bekommt einen Kaffee vom Spieß. Er wartet denn er muss zum Hauptmann. Wir plaudern über die Lage und dann erzählt der Leutnant wie es mit den kleinen Verrätern gelaufen ist. War die reinste Hasenjagd, Klein und Schnell sind die Jungs. Wir haben den ganzen Bereich abgesperrt und da kamen die nicht mehr raus, erklärt er uns. Die hatten auch die Hosen voll. Wussten schon was die Stunde geschlagen hat. Mit den Pionieren sind wir dann nachher bis zu dem Versteck gekommen. Durch die Kanalisation mussten wir. Ganz enge Tunnel und natürlich kleine Überraschungen für uns. Aber die Pios haben alles unschädlich gemacht und wir konnten das Rattennest ausräuchern. Nach dem Feuergefecht fanden wir drei Männer, sicherlich Partisanen oder ähnliches und zwei tote Kinder. Eine Funkanlage und viele Papiere, die die kleinen Diebe wohl hier bei uns bestiebitzt haben. Noch acht der Kinder haben wir einkassiert und alle haben schnell gestanden, dass sie als Spione arbeiten mussten, sonst wäre es deren Familien an den Kragen gegangen. Ich schaue den Leutnant nachdenklich an und frage ihn ob die Jungs erschossen worden sind. Er schüttelt den Kopf. Natürlich nicht, die sind alle 150 Kilometer hinter die Front geschickt worden und müssen jetzt beim Tross als Hiwis arbeiten. Wir haben das alle ohne den SD geregelt. Ein Glück und ich dachte schon. Gab es den Verlust auf unserer Seite frage ich noch als die Tür aufgeht und der Hauptmann nun den Leutnant hereinbittet. Zwei leicht verwundete aber nichts Ernstes sagt er noch schnell und geht ins Büro vom Hauptmann. Der Spieß und ich nicken uns zu, doch noch gut ausgegangen für die Gören. Glücklicherweise habe ich den großen geplanten Angriff doch nicht verpasst. Kurz vor dem Angriffsbeginn wurde eine Aufklärungseinheit von einer russischen Panzereinheit aufgerieben. Die hatten sich gut getarnt und flankierend Pack aufgestellt. So kamen die Aufklärer aus der Packgasse nicht mehr heraus. Vier Wagen haben die verloren und 16 Mann. Durch den dann einsetzenden Hagelschauer, der erste den ich hier in Mostow gesehen habe, konnten sich die Überlebenden vom Feind lösen und unter Artilleriefeuer von den SPWs eingesammelt werden. Schöner Mist. Der Russe stopft die Löcher schneller als wir angreifen können. Am nächsten Tag bin ich auf Krücken unterwegs zu Schmidt, als Artilleriefeuer auf Mostow liegt. So dicht waren die noch nie dran. Da muss irgendwo eine Lücke sein. Schnell humpel ich weiter aber trotzdem muss ich mich zweimal in Deckung werfen um nicht den Splittersägen abzubekommen. Ich sehe aus wie ein Ferkel aber ich komme mit meiner kaputten Hand und dem nutzlosen Fuß doch beim Spieß an. Hier ist was los. Aufklärungsflieger sollen jetzt die Geschütze finden und am besten gleich ein paar Bomben draufschmeißen. So geht es ja nun nicht, dass der Ivan uns hier seine Eier ins Nest wirft. Drei Stunden später ziehen ein paar Bomber unter Jagdschutz gen Südosten und machen hoffentlich den Ivan weg. Gegen Abend wird gemeldet, dass die russen Batterien zusammengeschmissen worden sind und dort wohl keiner mehr was abfeuern kann. Nun denn. Ich hoffe, das bleibt doch so. Stabsdienst ist auch mal ganz angenehm. Warme Bude, heißer Kaffee und Schmidt hat immer was Leckeres zu essen für uns. Er meint er müsste auch mal irgendwann ein paar Angriffe mitfahren. Schließlich will er ja auch mal seinen Panzerabzeichen haben. Er wäre ja auch Funker und hat die Ausbildung für die Panzerfunkanlage. Als der Spieß das hört muss er lachen. Du hörst doch nichts mehr seit dem Mörsertreffer in der Funkbude. Deswegen sitzt du doch hier bei mir, meint der Spieß lachend. Stimmt nicht, geht Schmidt gegen an. Nur ein Ohr ist taub, mit dem anderen höre ich wie eine Feldmaus. Ich höre alles, sagt er. Ich verspreche Schmidt, dass er seine Fronterfahrung bei mir machen kann. Ich werde mit unserem Funker sprechen. Die Tage vergehen und wirklich viel passiert nicht. Der Nachschub kommt tröpfchenweise an und wir richten uns auf einen Winter in Mosdok ein. Das mit den Ölfeldern, das wird in diesem Jahr wohl nichts mehr. Aber abwarten, wer weiß was noch passiert. Möglicherweise wird die Heeresgruppe noch verstärkt und wir nutzen dann den gefrorenen Boden im Dezember zum letzten großen Stoß. Im nächsten Jahr wollte ich eigentlich wieder nach Hause. Aber gut, nun erstmal den lahmen Flügel wieder nutzen und den Fuß belasten. Der Rest, der wird dann schon klappen. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd November 1942 Der Fuß ist nach den vielen Tagen Ruhe wieder belastbar, aber die Hand will noch nicht so richtig mitspielen. Nach wie vor habe ich leichten Dienst und warte darauf, dass der Arzt mich wieder fahren lässt. Unser Panzer III ist wieder aus der Instandsetzung zurück und eigentlich wieder einsatzbereit. Aber die Knappheit an Betriebsstoff lässt nur kleine Unternehmungen zu und so wird wirklich nur dann gefahren wenn es notwendig ist. Aber es ist zum verrückt werden wenn man körperlich nicht voll einsatzfähig ist. Der Oberarzt sieht sich nochmal die Hand an und will mich vorsichtshalber zu einem Stabsarzt Richtung Pjatigost schicken. Für den nächsten Tag hole ich mir die Erlaubnis vom Zugführer und besorge mir ein Transportmittel. Früher am nächsten Morgen geht es los. Ich konnte mit einem Versorgungs Lkw in den Ort Pjatigost fahren. Nach ein paar Stunden sind wir endlich da und ich melde mich beim Krankenrevier. Ich frage mich bis zu dem empfohlenen Stabsarzt durch. Wenig später sitze ich bei dem Herrn Doktor und berichte von meinem Unfall. Er untersucht die Hand und macht einige Tests. Nach knapp 20 Minuten meint er, dass der kleine Finger möglicherweise in seiner Funktion eingeschränkt sein könnte, aber der Rest sollte noch funktionieren. Noch ein paar Tage und die Schwellung ist voller Zweck. Also noch drei Tage die ich nicht als Kommandant einsteigen darf. Ich schaue mich noch ein wenig um und treffe ein paar Kameraden von den Panzerjägern. Wir unterhalten uns über Panzer und die Abschüsse die wir schon erzielt haben. Ob ich nun schon die Ami Panzer hier gesehen hätte fragen sie mich. Ich habe noch keinen abgeschossen, mir reichen doch immer die Russen Panzer die uns das Leben schwer machen. Gegen Abend greife ich mir noch einen Platz in einem Kübel und werde mit zurück nach Mosdok genommen. Am nächsten Morgen werden wir durch schwere Erschütterung geweckt. Ich greife mein Zeug und springe so gut ich kann in meine Uniform. Ich habe Mühe meine Hose und meine Jacke anzuziehen. Das knallt ordentlich und das ist keine Artillerie. Russenbomber werfen auf die Stadt. Wo bleibt die Luftwaffe wenn man sie braucht. Unser Bereich in Mosdok bekommt nicht so viel ab, aber einige andere Einheiten und die restliche Bevölkerung hat nicht so viel Glück. Scheinbar haben die Russen da auch keine Skrupel ihre eigenen Leute zu treffen wenn sie auf die Wohnhäuser schmeißen. Sicher denken die, wir sind dort überall einquartiert. Es wird angetreten und der Herr Hauptmann stellt eine Kampfgruppe zusammen. Er will die erfahrenen Leute dabei haben, da es gegen die vorgeschobenen Stellungen der Russen geht. Die Winterstellungen sollen verbessert werden. Das heißt also wir bleiben hier und warten das Frühjahr ab. Ich gehe mit zu der anstehenden Lagebesprechung und der Hauptmann fragt mich ob ich schon wieder einsatzfähig wäre. Ich versuche nicht zu humpeln und halte die kaputte Hand hinter dem Rücken. Er gibt mir einen Bolz mit einer Mutter daran und meint ich soll das mal fix auseinander drehen. Ich schaue ihn an und er weiß dass ich es noch nicht kann. Er klopft ihm auf die Schulter und meint dass ich erst wieder meine Hände in Ordnung haben soll bevor er mich wieder mitnimmt. Also gut muss ich doch noch warten. Ich höre mir die Angriffspläne an und denke mir dass ich alles bei dem Obergefreiten Schmidt verfolgen kann was die Kampfgruppe macht. Am nächsten Morgen macht sich die Gruppe abfahrbereit. Grenadiere, Flak, Aufklärer und Panzer sollen zusammen vorgehen. Der Hauptmann fährt spitze und ich denke dass er beim Russen ordentlich Rabatz machen wird. Ich habe Post von zu Hause bekommen. Ein Paket von meiner Mutter mit Keksen und gestrickten Wollhandschuhen. Zu Hause ist alles in Ordnung und alle sind gesund. Auch Gudrun hat geschrieben und sie würde mich gerne zu Weihnachten bei sich zu Hause haben. Natürlich wird das nichts. Es sei denn wir sind in der Winterstellung und wir können ein paar Mann nach Hause schicken. Im Winter 41,42 hat der Ivan uns dann schon ganz schön das Leben schwer gemacht. Ich hoffe das wird diesen Winter anders. Wenigstens haben wir bessere Ausrüstung als noch im letzten Jahr und können so den Winter besser überstehen. Am Abend gibt es noch nicht viele Neuigkeiten von der Kampfgruppe. Sie stoßen vor und treffen auf wenig Widerstand. Ich sitze beim Spieß und helfe beim Aktenführen und mache alles was so anfällt. Auf meinem Tisch liegt immer der Bolzen an dem ich stundlich übe. Es geht immer besser und ich denke in 3 Tagen wird es wieder gehen. Hermann kommt vorbei und sagt mir noch, dass unser Panzer mit einem Ersatzkommandanten besetzt wurde und in einer Stunde mit zwei anderen Panzern auf einen Kavalerievorstoß angesetzt wird. Er erklärt noch, dass der Feldwebel Kraus den Kommandantenplatz übernommen hat. Ein guter Mann, der ist vorsichtig. Ich wünsche Hermann noch viel Glück und er rauscht ab. Am Abend sitze ich wieder im Quartier und lese mir nochmal alle Briefe aus der Heimat durch. Auch in meiner kleinen Lagekarte arbeite ich die neuesten Entwicklungen ein. Wenn man da genau hinschaut scheint es im Süden, im Südosten, im Osten und im Nordosten langsam zurück zu gehen. Aber es sind natürlich taktische Frontbegradigungen um bessere Stellung für den Winter zu besetzen. Die Nacht ist kurz denn wir werden ganz früh geweckt. Ein Trupp soll schnellstens zusammengestellt werden, denn der kleine Verband mit meiner Besatzung ist abgeschnitten worden. Das sieht übel aus aber es muss schnell was passieren. Drei Schützenpanzerwagen und zwei Panzerspähwagen sowie eine 2cm Flak auf Halbkette werden in Eiler Eile ausgerüstet. Ich nehme mein Zeug, ziehe dicken neuen Strickhandschuhe über meinen Handverband und melde mich bei dem Spähwagenkommandanten. Ich kann mit als Richtschütze auf dem 222er, das kenne ich ja schon. Nach zwei Stunden fahren wir ab und bekommen die Nachricht, dass die Panzer sich einigeln mussten und nun eingekreist sind. Pack und Infanterie rundherum und dann noch die russische Kavallerie die immer wieder angreift. Nach drei Stunden haben wir schon Feindkontakt und die Russen heizen uns schon so richtig ein. Wir schlagen gnadenlos zu. Die Spähfahrzeuge umfahrende Gegner und die Schützenpanzerwagen MGs und die 2cm halten voll drauf. Nach zwei Minuten haben wir die Russen weggefegt und stoßen weiter vor. An den Rauchwolken können wir erkennen wo unsere Leute sind. Wieder fahren wir mit den Kleinwagen vor und in voller Fahrt lasse ich die 2cm Kanone sprechen. Ich habe freie Hand, hat mir der Kommandant gesagt, auf erkannte Ziele wird gefeuert. Wir sprengen den Ring auf und die Granadiere und die Flak stößt mit durch. Es dauert nicht lange und wir haben ein kleines Gehöft entdeckt, wo unsere Panzer stehen. Es sieht nicht gut aus. Alle drei zusammengeschossen. Ketten ab und ich denke nicht, dass wir die da wieder raus bekommen. Wir halten den Korridor offen und müssen erstmal die Verwundeten bergen. Ich sehe Hermann mit einem dicken Verband am Panzer lehnen. Ich ahne Böses. Hermann hat einen Steckschuss in der Schulter. Ladeschütze und Funker sind gefallen. Feldwirbel Kraus hat einen Schussbruch im Oberschenkel und unser Richtschütze ist ohne Kratzer. Wir laden alle ein und schlagen uns mit den vorfühlenden Russen herum. Wir bekommen Befehl die Panzer zu sprengen, denn bergen können wir die nicht und selbst wenn wäre das Risiko viel zu groß und der Kraftstoff würde auch nicht reichen. Also werden die Sprengladung klar gemacht und wir ziehen uns kämpfend zurück. Die Artillerie unterstützt wieder mit gut liegendem Sperrfeuer und deckt unseren Rückzug. Noch ein Russenflieger kommt dazu und will sicherlich die Lage klären, aber er wagt zu viel und fliegt voll in die Gabe unserer 2cm Flak hinein. Eine Tragfläche wird abrasiert und der Flieger stürzt brennend zu Boden. Die Sprengladungen werden gezündet und ein Panzer IV und zwei Panzer III detonieren in einem lauten Feuerball. Ich bin wirklich traurig, dass wieder zwei meiner Kameraden am Feind geblieben sind und mein Panzer auch weg ist. Wir bilden die Nachhut und bleiben mit der 2cm Flak zurück. Es dauert nicht lange und die Russen stoßen nach. Knapp 50 Russen auf Pferden galoppieren wie die Wahnsinnigen in unsere Richtung. Dahinter noch zwei Spähwagen. Wir lassen sie auf 100m rankommen und dann kommt der Feuerschlag. Sie haben keine Deckung und scheinbar haben die uns auch nicht gesehen, da wir hinter einer kleinen Buschreihe warten. Der Feuerschlag ist vernichtend. Ich ziele gar nicht mehr, sondern schwenke einfach nur noch den Turm. Die Flak bekämpft die rechte Angriffswelle und ich die linke. Menschen und Pferde werden durch die Sprenggeschosse zerrissen und zerfetzt. Noch eine Schwenkung und noch eine. Die Flak lädt nach und der ganze Angriff ist zusammengebrochen. Die Spähwagen treiben ihre Fahrzeuge durch einen Wall aus Pferdeleibern und Menschen. Ich schieße weiter und treffe den BA10 direkt in der Fahrerluke. Die Granaten detonieren im Fahrzeug und lassen den Wagen brennend in einem Meer aus blutigen, zerfetzten Leibern stehen. Jetzt haben es die Angreifer verstanden und der letzte Wagen versucht verzweifelt abzudrehen und zeigt der Flak die Seite. Der Richtschütze dort tritt sein Fußpedal durch und weitere 10 Schuss zerreißen den zweiten Spähwagen. Der Angriff ist abgeschlagen und wir versuchen schnell Anschluss an unsere Kameraden zu bekommen. Nach 2 Stunden sind wir wieder in Mostock. Die Verwundeten werden versorgt und ich verspreche Hermann, dass ich ihn wieder zurückhole sobald er gesund ist. Mit meiner gesunden Hand helfe ich noch, die Trage mit Feldwirbelkraus zu tragen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schaut er mich an und sagt mir, dass es ihm leidtut. Ich schüttel den Kopf und erkläre ihm, dass es manchmal einfach passiert. Es war nicht seine Schuld. Der Kommandant vom Spähwagen kommt noch rüber und bedankt sich bei mir. Eigentlich freue ich mich immer über das Lob, doch die Trauer wiegt schwerer. Nun habe ich keinen Panzer mehr, Hermann im Lazarett, die anderen beiden auch tot, nur der Richtschütze ist noch da. Ich spreche später mit ihm, was da wirklich passiert ist. Er erklärt mir, dass die in eine Falle gelockt worden sind. Schweigepack eröffnete das Feuer und ehe man sich versah, mussten sie sich in einem kleinen Gehöft zur Rundumverteidigung einrichten und dann griffen sie wieder und wieder an. Ich bedanke mich für den Bericht und gehe in meine Unterkunft. Was soll jetzt noch passieren? Schlimmer geht es ja bald nicht mehr. Am nächsten Morgen gehe ich zum Spieß um meinen letzten Tag dort zu verbringen, bevor der Arzt mich wieder einsatzfähig schreibt. Als ich in die Schreibstube komme, sitzt Schmidt und der Spieß mit hängenden Köpfen am Tisch. Also hat sie auch schon mitbekommen, was gestern passiert war. Ich setze mich dazu und wollte gerade erzählen, wie es bei mir gestern war und was aus meinem Panzer geworden ist. Der Spieß schaut traurig auf und deutet mir an, dass ich nicht weiterreden soll. Hauptmann Rohrbeck ist heute Nacht tödlich verwundet worden. Mein Hauptmann auch gefallen. Das war ein Schlag. Nicht nur für uns, sondern für das ganze Regiment. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd November 1942. Die Lage ist schlimm. Stalingrad ist eingeschlossen. Und alles was ich so aufschnappe ist nicht aufmunternd. Die rumänischen Divisionen haben den Russen nicht aufhalten können. Weder die Panzerabwehr noch die alten Panzer 38 Tonnen waren irgendwie in der Lage die Front zu stabilisieren. Jetzt müssen wir schleunigst eigene Verbände heranführen um die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Aber hier bei uns ist es auch nicht besser. Der Russe wohl beflügelt um die Umstände an der Volga will hier weiter Druck machen. Nachdem die Kampfgruppe unseres Hauptmanns schwer angeschlagen zurückgekehrt ist wurde das Ausmaß der Verluste erst richtig bewusst. Neun Panzer vernichtet, 21 gefallene Kameraden und der Hauptmann Rohrbeck kommt auch nicht zurück. Ich habe versucht herauszubekommen was passiert ist. Es wird erzählt dass der Chefpanzer mehrere Treffer abbekommen hat aber er trotzdem weiter den Angriff vorangetrieben hat. Dann ist wohl ein Geschoss durchgeschlagen und hat den Chef so schwer verwundet, dass er später seinen Verletzungen erlag. Was ein Trauerspiel. So einen fähigen Offizier zu verlieren wird der Abteilung schwer zusetzen. Wir haben auch langsam immer weniger Panzer zur Verfügung. Zwölf Totalausfälle in den letzten 10 Tagen und der Winter kommt. Ich denke wir müssen uns jetzt hier ordentliche Stellung anlegen, da wir bis zum Frühjahr hier bleiben werden. Ein Zugführer hat erstmal die Vertretung für den gefallenen Hauptmann übernommen und mir scheint dass er trotz seines jungen Alters eine gewisse Führungserfahrung hat. Meine Hand ist wieder voll einsatzbereit aber es nützt mir das. Kein Panzer. Keine Besatzung. Alles Mist. Man merkt auch dass es auf Weihnachten zugeht und die Stimmung durch die letzten Ereignisse nicht so gut ist. Aber wie soll man die Leute jetzt auch aufheitern. Wenigstens haben wir endlich gute Winterbekleidung bekommen, dicke Hosen, gefütterte Stiefel so kann man es aushalten. Jetzt kommt man nicht mehr so schnell aus den Panzer-Luken raus aber der Panzermann ist erfinderisch. Man übt eben das Schlüpfen durchs Luk immer und immer wieder und dann weiß man auch wie man sich dick angezogen durch die Verengung drücken kann. Da ich momentan keinen Auftrag habe würde ich gerne bei der Frontwerkstatt im Zug helfen. Natürlich nur so lange bis ich wieder eine Besatzung zugeteilt werde. Ich halte mich in der Stabsbaracke auf und warte dass ich mit dem Zugführer sprechen kann. Der Oberleutnant Roos, der jetzt den gefallenen Hauptmann Rohrbeck ersetzt, nimmt sich kurz Zeit und hört sich meine Bitte an. Wir kommen ins Plaudern und stellen fest, dass wir aus derselben Ecke in der Nähe von Hamburg kommen. Trotzdem sagt er mir klar, dass mein Platz eigentlich auf dem Richtschützen sitzt wäre und ob ich nicht, wenn es die Lage erlaubt, zum Feldwebelehrgang gehen will um dann als vollwertiger Kommandant eingesetzt zu werden. Ich schüttle den Kopf und erkläre in knappen Worten was damals mit Lohnert passierte und dass ich dem Herrn Oberleutnant von irgendwas an den Kragen gegangen bin. Er überlegt länger und meint, dass doch bald Gras über die Sache gewachsen ist und dass man doch mal nach dem Winter einen neuen Versuch machen sollte. Er wollte sich drum kümmern und sehen was er machen kann. Klingt ja erstmal nicht verkehrt aber ich warte erstmal ab. Auf jeden Fall kann ich erstmal weiter in der Panzerwerkstatt helfen und mit den Kameraden dort unsere Schadpanzer wieder herrichten. Und da ist wirklich viel zu tun. Immer haben die Stahlriesen irgendwas. Mal die Benzinleitung, mal der Vergaser, dann wieder die Lüftung bis Schussschäden, Bug-MG klemmt in der Blende, Fahrerklappe erneuern, Kommandantenkuppel erneuern und so weiter. Die schweren Sachen sind dann die Kettenglieder austauschen oder die Panzer ausschlachten und Ersatzteile plündern. Da kommt man schon ordentlich ins Schwitzen und abends ist man wie gerädert. Auch geht es hier und da mal raus mit dem Bergezug zum Panzer einschleppen. Früher war das hinter der Frontlinie keine große Sache. Die Zugmaschinen und ein Werkzeugwagen dahin, Panzer angehängt, Panzer im Leerlauf und dann bis zur Werkstatt eingeschleppt. Heute ist das schon fast ein Kampfeinsatz. Immer ein Schützenpanzerwagen zur Sicherung dabei und wenn möglich noch ein weiterer Panzer zur Sicherung gegen Vorstöße der Russen. Einen Tag fahren wir raus am Lenin-Kanal entlang und sollen einen Panzer IV kurz abschleppen, der einen Getriebeschaden hat. Es ist schon später Nachmittag und wir müssen uns beeilen, damit wir den Kasten reinholen bevor es dunkel wird. Ich fahre auf der Zugmaschine mit, der Schützenpanzerwagen ist mit einigen Granadieren besetzt und ein Panzer III fährt als Sicherung mit. Knapp 10 km vor dem letzten besetzten Stützpunkt liegt der Panzer fest und wir kommen zügig voran. Die Aufklärung hat uns ein wenig bis keine Feindaktivitäten gemeldet, aber ich glaube auch nicht mehr alles was die uns sagen. Mit gesunder Vorsicht fährt man hier besser. Aber hier auf der Zugmaschine fühle ich mich völlig nackt. Keine Panzerung, keine Stahlwand, nichts. In meine dicken Wintersachen gehüllt fahren wir unter leichtem Schneetreiben die gut befahrbare Rollbahn entlang. Ich denke wir sollten ca. eine Stunde brauchen bis wir dort sind. In der Ferne kann ich den Panzer schon sehen und ich suche angestrengt die Umgebung ab ob ich noch irgendwas anderes entdecken kann. Scheint aber alles ruhig zu sein. Als wir am Panzer ankommen sind die Männer da sehr froh dass wir endlich angekommen sind. Alleine hier draußen ist nicht unbedingt gesundheitsförderlich wie der Spieß immer sagt. Also ran ans Bergen. Die Werkstattleute prüfen den Motor und versuchen noch einmal ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Aber wir drehen schon mal die große Zugmaschine in Position um dann später den Panzer anzuhängen. Als wir in Position sind spreche ich mit dem Richtschützen und erzählt mir von einem Versuch der Russen den Panzer zu übernehmen und deutet auf ein unscheinbares Wrack eines Russenfahrzeuges, das entfernt im Graben liegt hin. Wir beide machen uns auf den Weg und ich sehe dass das Fahrzeug mindestens ein Treffer der Kanone abbekommen hat. Alle 4 Russen liegen um das Fahrzeug verstreut. Scheinbar sind die dann noch durch MG Beschuss erledigt worden. Ich schaue mir das Fahrzeug an ob da noch irgendwas brauchbares ist. Da schreit der Richtschütze plötzlich los. Ich drehe mich um und einer der vermeintlich toten Russen hat ihm das Messer in die Wade gestochen. Ich ziehe meine Pistole so schnell ich kann und schieße auf den Russen. Die zwei Treffer machen dem Spuk ein Ende. Eine Kugel durchschlägt die Hand des Russen und die zweite dringt durch sein Auge ein und bleibt im Kopf stecken. Sofort fällt er in den Dreck und ist erledigt. Ich nehme meine Pistole und ziehe noch auf die anderen drei und jeder bekommt noch einen Schuss in den Oberkörper. Da lassen wir uns auf keine Spielchen ein. Man hört es immer wieder, dass sich der Ivan tot stellt und dann unseren Truppen in den Rücken schießt. Entgeistert schaut mich der Richtschütze an und hält sich die blutende Wade fest. Ich hole das Verbandszeug aus meiner Tasche und verbinde schnell die stark blutende Verletzung. Er bedankt sich bei mir, aber scheinbar hat er noch nicht so viele Russen aus der Nähe gesehen oder Auge in Auge einen Feind getötet. Im Panzer durch die Optik oder auf ein paar hundert Meter mit dem MG ist das auch nicht so schlimm. Er fragt mich noch was ich dabei empfinde. Da muss ich tatsächlich nachdenken. Was empfindet man wenn man ein Leben auslöscht? Auch der Russe hat eine Mutter, ein Bruder oder vielleicht auch Kinder. Aber der fährt jetzt nicht mehr heim. Was denkt man dabei? Ich hake den Verletzten unter und wir humpeln zurück zum Schadpanzer. Nach ein paar Minuten sage ich ihm, dass man doch irgendwie abstumpft. Es ist nicht so, dass man verroht. Aber es ist doch irgendwann der Alltag Leben zu nehmen. So wie man eine Mücke erschlägt oder wie der Jäger das Rotwild schießt. So einfach ist das. Oder doch nicht? Bis jetzt habe ich da noch nicht so viel drüber nachgedacht. Als wir auf der Rückfahrt sind und ich Zeit für mich habe, versinke ich in meine Gedanken. Als der Oberst mich damals nach meinen Abschusszahlen fragte und ich ihm diese mit Stolz nannte, da habe ich nicht mehr an die Leben gedacht, die ich ausgelöscht habe. Es sind ja auch immer nur Panzer die zerstört werden. Aber auch die Menschen darin. Wir kämpfen hier für Volk und Vaterland. Macht es das dann richtiger zu töten? Ist der Bolschewik weniger wert? Als Mensch weniger wert? Oder wie sollte man sich das hinlegen, um reinen Gewissens zu sein? Was wird, wenn der Krieg vorbei ist und wir gewonnen haben? Was wird dann sein? Sind wir dann alle ohne Sünde, weil wir unsere Befehle befolgt haben? Ich versuche die Gedanken aus meinem Kopf zu bekommen und rede mir ein, dass wir in erster Linie um das eigene Überleben kämpfen. Wenn der Ivan uns ans Fell will, müssen wir eben schneller und besser sein als er. Lieber er als ich und nichts anderes zählt. Doch das Erlebte und meine Gedanken hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack, als wir wieder in Stock sind. Die Panzerbesatzung bedankt sich nochmal für die Unterstützung und ich helfe noch mit den verwundeten Richtschützen ins Revier zu bringen. Wohl halb so schlimm, aber ein paar Tage liegen sollte er schon. Der Kommandant fragt mich noch, ob er mich anfordern könnte, wenn der Panzer wieder läuft. Ich gebe ihm zu verstehen, dass ich immer da bin, wenn ich gebraucht werde. Aber der Herr Oberfeldwebel muss dann mit dem Oberleutnant Roos sprechen. Wir bauen auch spät abends den Motor aus und machen dann irgendwann um 22 Uhr Feierabend. Ein wenig Schlaf brauche ich auch, es war ein langer Tag. Im Quartier sitze ich mit ein paar Kameraden zusammen und wir tauschen die neuesten Frontnachrichten aus. Ob wir nun Richtung Stalingrad marschieren um zu helfen? Bleiben wir hier und starten Entlastungsangriffe, damit der Russe umgubieren muss? Geben wir Mostok auf und ziehen uns weiter zurück um Kräfte frei zu machen? Viele Meinungen und viele Ideen haben wir, aber ändern können wir nichts. Die Führung wird schon das Richtige machen. Alles in allem haben wir hier kaum einen richtigen Überblick über die gesamte Frontlage. Einer der Kameraden erzählt noch, dass er jetzt auch tatsächlich einen amerikanischen Panzer gesehen hat. Ein Turm mit einem kleinen Geschütz und dann nochmal an der Seite ein extra Geschütz. Ich hatte das auch nun schon öfter gehört, aber diese Amipanzer, dass die jetzt hier auftauchen, das gefällt mir nicht. Aber wir wollen nichts so schwarz malen. Wenn die nichts taugen, dann werden wir mit denen auch noch fertig. Als ich mich später dann endlich zum Schlafen hinlege, muss ich immer wieder an die Geschichte mit den vier Russen denken. Auch an meine Gleichgültigkeit, einfach jemanden zu erschießen. Ich habe mich verändert. Meine Mutter wusste es schon. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Dezember 1942. Stalingrad, Stalingrad, Stalingrad. Es wird über nichts anderes mehr gesprochen. Immer mehr schlechte Nachrichten kommen hier an. Über die Division, an das Parlament und dann an unsere Abteilung. Hier steht der Russe, da steht der Russe und wir hocken hier und drehen Däumchen. Wenn wir jetzt die restlichen Panzer zu einer großen Kampfgruppe zusammenstellen, dann sollten wir den Russen doch dort verjagen und unsere eingeschlossenen Kameraden entsetzen können. Ich diskutiere das mit Schmidt, aber er meint, dass wir dann ja die Front hier im Südosten schwächen würden. Die Entfernung ist auch riesig, Landmarsch wäre gar nicht möglich. Ja das alles ist richtig, aber hier kann man doch mit Pack und Infanterie den Russen stoppen, da müssen die Panzer nicht dabei sein. Jeder hat so seine Argumente und wir kommen auf keinen Nenner. Oberleutnant Kraus kommt hinzu und hört sich an was wir so reden. Er meint, dass die da oben sich schon was einfallen lassen werden. Eine starke Panzergruppe wird ein Keil in die Russenbande schlagen und dann wird der Ivan zum Moral gefegt, erklärt er uns. Tja sicherlich weiß er noch mehr als wir. Trotzdem klingt es nicht sehr zuversichtlich. Ich bin wieder bei der Werkstatt und helfe aus. Viele Panzer haben wir nicht mehr einsatzklar und das, was wir haben, wird nur im Notfall nach vorne geworfen. Wir haben jetzt feste Stützpunkte und so können wir den Russen davon abhalten hier bei uns anzuklopfen. Solange er sich mit Stalingrad beschäftigt haben wir Ruhe und man könnte doch eigentlich jetzt hier einen Angriffsschwerpunkt setzen. Aber der Nachschub ist nicht ausreichend und Ersatzteile kommen nur spärlich an. Auch hoffen wir auf neue Panzer für die Abteilung. Ich werde mit drei Kameraden eingeteilt Material für die Panzerwerkstatt abholen. Wir machen uns mit der großen Zugmaschine und einem großen Tiefladeanhänger auf den Weg zum nächsten Bahnhof. Ersatzmotoren sollen angekommen sein und weiteres dringendst benötigtes Material. Wir nehmen noch einen Kübel mit in dem ein paar Grenadiere sitzen, damit wir keine bösen Überraschungen erleben. Frühmorgens geht es los. Kalt ist es und der Wind weht ordentlich über dieses karge Land. Es sind knapp sieben Stunden zu fahren, wenn wir gut durchkommen. Mit Partisanen müssen wir hier weniger rechnen, aber ich bin trotzdem immer vorsichtig. Nach fünf Stunden machen wir an ein paar Russen Häusern Halt. Die Bauernfamilie dort schaut uns mit großen Augen an. Wir verständigen uns und mein Russisch reicht mittlerweile aus, um im Tausch gegen Zigaretten und Schokolade etwas Eintopf für uns zu bekommen. Der Bauer hat große Angst und will uns gleich alles geben. Ich winke ab und erkläre, dass wir acht Mann nur etwas warmes essen wollen und uns in der Hütte etwas aufwärmen. Nach einer Stunde sind wir gestärkt und aufgewärmt. Weiter geht es. Der Wind wird weniger und der Himmel klart langsam auf. Es dauert nicht lange und wir sehen Flugzeuge am Himmel. Der Kübel hat ein MG an Bord und kann sich wehren. Wir mit der Zugmaschine haben nichts dabei. Abwarten, wenn das keine Russen sind ist doch alles gut. Schon brummt es laut und zwei Me 109 Brausen über unsere Köpfe hinweg. Wir winken und die Piloten lassen die Tragflächen wackeln. Das ist schon was, die Ritter der Lüfte, Teufelskerle, die Jagdflieger. Schnell sind sie außer Sicht und es dauert auch nicht lange und wir hören wieder einen Brummen. Aber diesmal sind es keine von uns. Russenflieger. Und die haben uns auch noch gesehen. Also so gut es geht, die Fahrzeuge in Deckung und raus aus den Kisten. Und schon hämmern die Bordwaffen los. Die Geschosse schlagen um uns herum ein. Keiner getroffen. Nur der Tieflad hat etwas abbekommen. Schon drehen die wieder ein und fliegen erneut an. Einer von uns schießt mit der Leuchtpistole rot in die Richtung der losen Flieger. Hilft nicht viel, aber möglicherweise sind ja die Jäger noch in der Nähe. Wieder rattern die Bordwaffen und wir pressen uns dicht an den Boden. Ich höre Schreie und einer der Soldaten aus dem Kübel ist getroffen. Mittlerweile haben die das MG in Stellung gebracht und feuern auf die Flugzeuge. Wieder schießen wir Leuchtkuchen ab um den Piloten zu verwirren. Unser MG bellt unaufhörlich aber scheinbar macht es den Flugzeugen nichts aus. Im Anflug züngeln plötzlich Flammen aus dem Motor und der Russe beginnt zu trudeln. Hundert Meter hinter uns schlägt er in einer riesigen Feuersäule auf. Tief über uns hinweg, mit einer irren Geschwindigkeit rasen jetzt die beiden Me 109 von vorhin. Endlich. Wir springen auf und jubeln. Der Luftkampf ist ein Schauspiel, aber der letzte Russe ist wohl kein Anfänger. Er kurbelt und dreht die Maschine wie der Teufel und die beiden Jäger haben Mühe dran zu bleiben. Nach fünf Minuten qualmt tatsächlich eine Me 109 und muss Not landen. Jetzt nur noch einer gegen einen. Aber scheinbar ist der deutsche Pilot besser und nach einer wilden Jagd wird der letzte Russenflieger doch noch abgeschossen. Tatsächlich springt der Russe ab und ein Fallschirm trudelt zu Boden. Wir springen in den Kübel und während die Lanzer den verwundeten Kameraden an der Zugmaschine versorgen, gebe ich Gas und wir sausen auf den Fallschirm zu. Mein Kamerat schnappt sich die MP, sicher ist sicher, 500 Meter, 400 Meter, 100 Meter. Wir werden langsamer und warten bis wir genau wissen wo der Russe landet. Die Piloten sind auch bewaffnet also, Obacht. Er schlägt auf dem Boden auf und rollt sich ab. Wir fahren schnell zu ihm und bleiben 20 Meter vor ihm stehen. Er versucht seine Pistole zu ziehen aber durch die verwickelten Fallschirmgurte kommt er nicht ran. Wir springen raus und mit der MP bekommt er einen kräftigen Schlag auf den Kopf. Der ist erstmal ausgeschaltet. Wir schneiden ihn aus dem Gurtzeug und schauen uns den Fallschirm an. Nicht verkehrt. Die Pistole schnappe ich mir auch noch. Mein Kamerat nimmt sich die Fliegerstiefel und nun hat er nur noch Socken an. Seine Maschine ist weiter hinter uns aufgeschlagen. Das lohnt sich nicht dahin zu fahren. Wir fesseln den bewusstlosen Piloten und fahren zurück. Der deutsche Pilot ist mit seiner Maschine in der Nähe Not gelandet und kommt zu unserer Zugmaschine. Freudig wird er begrüßt und wir holen erstmal den Schnaps aus der Vorratskiste. Er erzählt, dass der Russe ihn gar nicht getroffen hat, sondern dass er nur einen Motor Schaden hatte. Deswegen ging er runter. Da er uns noch in der Nähe wusste, war es für ihn sicher hier zu landen. Wir kümmern uns um den Verwundeten und legen ihn auf die Zugmaschine. Verwundet an Arm und Bein, aber er wird es schaffen. Der Luftwaffenleutnant fährt mit dem Kübel nochmal zu seiner Maschine und holt sein Zeug raus sowie die Geheimsachen, die müssen auch mit. Die Maschine bleibt stehen. Die kann morgen der Instandsetzungszug abholen. Auf den Tieflader würde die ja passen, aber wir wissen nicht wie man so einen Flieger verladen soll. Weiter geht es, wir brauchen noch knapp drei Stunden bis zum Bahnhof. Wir treffen dort einen Soldaten der Luftwaffe mit einem Motorrad, der den Piloten wieder zum Flugplatz bringen soll. Der andere Flieger hat es schon Bescheid gegeben wo er hin muss um den Piloten zu finden. So schnell kann das gehen. Mittlerweile ist der Russenpilot wieder wach und scheint über seinen Abschuss sehr wütend zu sein. Trotzdem behandelt der Jagdflieger den Russen mit Respekt, so ist das wohl unter Fliegern. Möglicherweise ist der Russe auch sauer weil er keine Stiefel mehr an hat. Wir verabschieden uns von dem Leutnant und bringen unseren Verwundeten ins Lazarett. Die Kettenhunde werden geholt und wir übergeben den russischen Piloten. Der hat wohl ordentlich Kopfschmerzen, denn der Schlag mit der MP war doch recht doll. Er hat eine große Platzwunde auf dem Kopf. Aus der Kiste der Zugmaschine fingert einer von uns noch ein paar alte kaputte Stiefel raus. So hat der Pilot wenigstens noch ein wenig Schuhwerk. Grimmie knickt er und nimmt die Stiefel an. Nun ja, aber er lebt noch. Das sollte doch zählen. Wir berichten was vorgefallen war und verweisen auf den Leutnant der Luftwaffe. Am Bahnhof sprechen wir mit dem Lagerverwalter und er zeigt uns was wir mitnehmen sollen. Große Kisten mit Panzermotoren, Ersatzteilen aller Art und auch Werkzeug. Wir laden alles auf aber ich denke wir bleiben über Nacht hier und fahren dann morgen früh zurück. Im Dunkeln will ich die Strecke nicht fahren. Gesagt, getan. Wir melden uns bei der Ortskommandatur und werden einquartiert. Nur ein karges Abendessen bekommen wir, die Etappenhengste rücken hier nichts raus. Etwas missmutig und hungrig sitzen wir zusammen und spielen Skat. Die Tür fliegt auf und ein Oberfeldwebel der Luftwaffe mit einem großen Korb kommt rein. Er fragt ob wir die Panzerleute aus Mosdok sind. Wir nicken und er stellt einen Korb mit Schinken, Brot, Fischkonserven und Schnaps auf den Tisch. Mit einem schönen Gruß vom Geschwader lässt der Herr Leutnant ausrichten, erklärt uns der Oberfeld. Donnerwetter das mal was. Wir teilen alles gerecht auf und nach einer Stunde sinken wir vollgestopft und leicht angeheitert in einen wohligen Schlaf. Am nächsten Morgen ist das Aufstehen nicht so leicht. Nach der Morgenwäsche und einem Becher Kaffee, dazu etwas trockenes Brot und es geht wieder zurück nach Mosdok. Wir rumpeln durch die Landschaft aber es bleibt alles ruhig. Keine Flieger, keine Panzer und keine Russen auf Pferden. Am frühen Nachmittag sind wir zurück und melden uns beim Instandsetzungsoffizier mit dem Material. Der freut sich, da wir mit den Ersatzteilen wohl vier oder fünf Panzer wieder klar bekommen. Ich melde mich ab und gehe in mein Quartier. Genug für heute. Wieder Zeit ein paar Briefe zu schreiben. Was Gudrun wohl macht? Wie es den Eltern geht? Was macht meine Schwester? Da wir Weihnachten wohl hier feiern werden, sollten wir uns darauf einrichten, dass alles auch schön aussieht. Also wird jetzt schon Weihnachtsschmuck gebaut und alles nett hergerichtet, damit wir am 24. auch das Christkind empfangen können. Sicherlich gibt es dann eine kleine Feier mit den Offizieren und auch gutes Essen. Ich werde sehen, dass ich noch ein paar Flaschen Cognac besorge. Ich weiß, dass die Pioniere hier neben einen ganzen Keller voller Flaschen gefunden haben. Da werde ich mal was zum Tauschen einpacken und rüber gehen. Aus meinem Vorrat habe ich noch Zigaretten. Ich habe noch den Fallschirm sowie die Pistole von dem Piloten. Das sollte doch gehen. Nach zehn Verhandlungen bekomme ich fünf Flaschen Cognac und drei Flaschen Sekt im Tausch. Das ist in Ordnung, das wird für das Weihnachtsfest schon reichen. Nun wird es auch Zeit für ein Schläfchen. Am nächsten Morgen treten wir an. Wieder ein Angriff auf einen unserer Stützpunkte und wir müssen raus. Ich bekomme einen Panzer III und meine alten Richtschützen zugeteilt. Fahrer und Ladeschütze kommen auch noch dazu. Mit einem riesen Grinsen im Gesicht meldet sich Schmidt bei mir als Funker. Na das kann was werden, aber gut, das wird schon klappen. Ich schärfe ihm ein, dass ich der Chef im Panzer bin, was er mit einem lautstarken, jawohl Herr Unteroffizier, quittiert. Ich drehe mich weg, weil ich auch grinsen muss. Aufsitzen Männer, es geht wieder los. Tagebuch Ostfront Herosgruppe Süd Dezember 1942 Wir werden mit den Panzern der anderen Kompanien vorgeschickt, da der Russe nun doch in diesem Teil des T-Rex seine Winteroffensive begonnen hat. Unter Hauptmann Volkens geht es in die Richtung des Nordflügels unserer Division und wir sollen dort unterstützen und verstärken. Es kam nicht genug Treibstoff an um alle Fahrzeuge komplett zu versorgen und wir planen eine Marschpause mit Nachversorgung auf dem Weg ein. Wir fahren los und ich bin froh wieder im Panzer zu sitzen. Leider ohne Hermann aber Fahrer und Ladeschütze sind auch schon länger im Zug und da mache ich mir keine Sorgen. Wort karg sitzt der Richtschütze auf seinem Platz und scheint viel nachzudenken. Sicher hängt mir der letzte Einsatz noch nach, an dem er den Panzer verlor. Aber da muss man einfach weitermachen. Aber wie ging es mir denn nachdem unser Panzer abgeschossen war und ich mit knapper Not herausgekommen bin. Das hielt auch lange nach und das beste Mittel ist immer wieder ran an den Feind. Kommt man eben nicht zum Nachdenken. Ich glaube das er das bald überwunden hat. Wichtig ist jetzt das er sich auf seine Aufgabe konzentriert. Und nicht zögert. Schmidt hingegen freut sich endlich mal wieder aus der Schreibstube herauszukommen um nach vorne fahren zu dürfen. Eifrig ist er im Panzer an der Funkanlage zu Gange und sicherlich ist er auch aufgeregt. Ich höre mich schon an wie ein alter Hase der die Jungspunde begutachtet. Aber wann ist man ein alter Hase? Nach einem Einsatz? Nach 10 Einsätzen? Oder gar nach 100 Einsätzen? Wichtig ist was man daraus macht. Weiter geht es und wir rollen vor. Ein zusammengewürfelter Haufen aber ich denke dass wir doch eine gewisse Schlagkraft haben. Jeder weiß eben was er zu tun hat und wenn nicht gerade ein Minenfeld vor uns liegt können wir mit gutem Angriffsschwung dem Feind eine verpassen. Wir rollen immer weiter aber müssen bald halten da wir kaum noch Kraftstoff haben. Es wird aber versichert dass die Tankfahrzeuge schon auf dem Weg sind und bald bei uns sein werden. So stehen wir dann 3 Stunden untätig herum und warten. Wenigst ist die Sonne am Himmel und der Wind weht nicht. Wir haben eine Sicherung nach Osten aufgebaut und warten ab. Endlich kommen die Fahrzeuge und wir können die Panzer betanken. Nachdem wir wieder angerollt sind wird ein Russischer Großverband gemeldet der in 3 Marschgruppen vorangeht. Eine ganze Infantriebelgrade zieht auf uns zu. Da haben die Russen nicht aufgepasst. Kurze Lagebesprechung und 20 Minuten später greifen wir in voller Fahrt die Flanke des Verbandes an. Der Ivan ist komplett überrumpelt und kann seine mitgeführten Geschütze nicht schnell genug in Feuerstellung bringen. Selbst die T-34 Unterstützungspanzer können sich aufgrund der umherlaufenden Infanterie nicht vollends gegen uns wenden. Wir zersprengen die Gruppen und richten gewaltigen Schaden an. Keine eigenen Verluste an Fahrzeugen aber viel Material wird erbeutet. 10 Packgeschütze, einige Panzer sowie große 12 Zentimeter Artilleriegeschütze und dazu noch 800 Gefangene. So kann das weitergehen. Wenn wir die hier nicht aufgehalten hätten wären die sicherlich bis zu unserem Gefechtstand marschiert. Aber wir müssen weiter denn der Russ ist hier sehr aktiv. Die beherrschenden Höhen am Nordflügel sind schon in russischer Hand und wir können nur hoffen dass er dort keine schwere Panzerabwehr aufbaut bevor wir nicht die Aufklärungskompanie dort unterstützt haben. Und tatsächlich ist ein Großteil der Aufklärungskompanie schon eingeschlossen und haben keine Verbindung mehr zum Gefechtsstand. Also wieder eine Umklammerung aufbrechen. Wir bilden zwei Keile und stoßen von zwei Seiten auf den Einschließungsring zu. Gleichzeitig sollen uns die Räderteile der Aufklärer entgegen kommen. Aufgrund des vorigen Gefechts und den Einheiten die wir zur Bewachung der Gefangenen zurücklassen mussten, haben wir nur noch drei Viertel unserer Kampfkraft. Schon bekommen wir schlecht liegendes Artilleriefeuer auf unsere Angriffsspitze und fächern weiter auf. Das Artilleriefeuer ist stark aber es liegt nicht gut. Wir kommen durch und stoßen dann schon auf die ersten Sicherungen. Schneidigen Angriff werden die improvisierten Stellungen angegangen. Der Russe hat hier Panzerbüchsen massiert aber frontal und schlecht geschossen kommen die nicht durch. Einfach schnell ranfahren dann kriegen die irgendwann Angst und versuchen zu türmen. Es dauert auch nicht lange und wir haben den Ring geöffnet. Weiter geht es. Aufgrund der Flankenbedrohung bleiben wir an der Öffnungsstelle mit zwei Panzern und einer Gruppe Infanterie zurück. Wir stehen 500 Meter auseinander und halten jeweils die Nord-Süd-Richtung unter Beobachtung. Damit der Russe uns hier nicht den Sack zumacht. Angespannt sitzen wir im Panzer, trotz der Kälte sind wir alle am Schwitzen. Ich stupse Schmidt an und er klettert hoch zu mir. Ich frage ihn wie er es findet mal ganz vorne dabei zu sein. Er meint er wäre guter Dinge und das wäre mal was anderes als immer Papier zu sortieren. Naja ich sage noch so richtig viel war ja noch nicht los. Ich schicke zwei Mann raus sich die Beine zu vertreten und für eine Pinkelpause. Weiterhin beobachten wir den Bereich und hören wieder Kampflern aus Ostrichtung. Scheinbar kämpft sich die Aufklärungsabteilung zu uns durch. Eine Stunde ist schon vergangen und hier rührt sich immer noch nichts. Auch mal ganz nett. Wir wechseln uns ab im Panzer und die anderen können auch mal raus. Die Infanterie sichert im weiten Bogen gegen Nahkämpfer wobei die müssen sich schon wirklich anstrengen um an uns heranzukommen. Ich gehe fix rüber zum Kameradenpanzer und bespreche mich dort mit dem Kommandanten. Der Oberfeld meint dass wir da wir hier schon so schön stehen sicherlich auch die Nachhut bilden werden. Ich winke ab und meine dafür nutzen wir die Panzer IV aber so richtig glaube ich nicht dran. Per Funk wird gemeldet dass die Aufklärungsabteilung aufgenommen ist und sich die ganze Angriffsgruppe kämpfend zurückzieht. Wir machen uns fertig und warten weiter. Flieger am Himmel aber die wollen nichts von uns. Ich kann schon unsere Spitzenfahrzeuge erkennen und es dauert nicht mehr lange und die sind bei uns. Chefpanzer hält und wir bekommen die Anweisung noch eine Stunde als Nachhut hier zu bleiben und erst dann sollen wir uns vom Feind lösen. Mist verdammter das schmeckt mir nicht. Aber gut wir bleiben hier und die Angriffsgruppe und die Aufklärer rollen an uns vorbei. Ich hätte lieber einen Panzer IV lang hier mit dabei dann könnten wir auch die 34er auf Distanz bekämpfen. Nach unendlich langen 60 Minuten macht sich die Infanterie klar zum abrücken. Wir warten noch ab bis der Schützenpanzerwagen knappe zehn Minuten weg ist und wir fahren an. Turm nach hinten gedreht und sichernd geht es in den Spuren der anderen zurück. Nach 15 Minuten der erste Halt, Panzer gedreht und wieder wird zehn Minuten gesichert. Schon sehen wir Russenfahrzeuge auftauchen, BA10 und BTs kommen auf uns zu. Wir öffnen das Feuer und schon haben sie sich eine blutige Nase geholt und drehen ab. Wir fahren wieder an und weiter geht es. Wieder und wieder stoppen wir, sichern und dann geht es weiter. Wir melden den Standort und sollen dann weiter Richtung Nordwesten verlegen. Aber so dass der Gegner uns im Auge behält. Wir führen dann den Russen vor die Rohre der 8 8er damit die mal richtig aufräumen. Wir kommen in den Feuerbereich der Geschütze und man kann die kaum im Gelände ausmachen. Wir stoppen nochmal und schicken ein paar Grüße zum Ivan und fahren dann in eine kleine Senke hinein, drehen und schieben uns vorsichtig zurück. Einige T34 witteln ihre Chance und preschen uns hinterher. Ich habe gerade meinen Panzer in Position und schaue vorsichtig aus dem Luke, da öffnet die 8 8 das Feuer. Kurze nacheinander peitschen die Granaten aus den Rohren und man meint Abschuss und Einschlag sind eins. Knapp 1300 Meter entfernt zerplatzen zwei T34 in einem großen Feuerball. Die anderen haben das gar nicht realisiert und fahren weiter. Die 8 8 feuert und wieder ist ein T34 im Eimer. Nun riechen die Brüder den Braten und drehen ab. Aber auf der freien Fläche keine gute Idee. Wieder knallt es und noch ein Russenpanzer steht ohne Turm da. Scheiben schießen für die Kanoniere. Schmidt ist aus der Luke gestiegen und schaut sich mit mir zusammen das Schauspiel an. Noch 6 Schuss gehen raus und wir haben 8 Brände T34 Wachs auf dem Feld stehen. Hier versucht der Russe nichts mehr. Ich gehe rüber zu den Geschützen und bedanke mich für die Hilfe. Mit Stolz zeigt mir die Besatzung die Abschussringe am Rohr und heute kommen noch 5 dazu. Der Geschützführer trägt das deutsche Kreuz in Gold, der weiß wohl was er macht. Wir müssen weiter und überlassen den Geschützen und Infanteristen den Rest. Gegen frühen Abend sind wir zurück und können unsere Panzer wieder auf Vordermann bringen. Schmidt ist glücklich das er mit durfte und würde gerne weiter mit dem Panzer fahren. Ich meine nur das es an mir nicht liegen soll. Das muss der Zugführer entscheiden. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Weihnachten 1942 Die Weihnachtszeit ist endlich gekommen. Überall herrscht eifriges Treiben und es wird dekoriert und gebastelt was das Zeug hält. Noch ein paar Tage und das Christkind ist da. Viele Pakete aus der Heimat kommen trotz der mittelmäßigen Versorgungslage an der Front an. Ich bekomme Post von zu Hause, warme Kleidung und Leckereien sind im Paket, natürlich auch etwas Hochprozentiges für den Weihnachtsabend. Zuhause scheint alles in Ordnung zu sein und vom Elend hier an der Volga bekommen die Lieben daheim wohl nicht so viel mit. Wir haben ja noch Glück, dass wir nicht in den Strudel der Kämpfe dort mit hineingeworfen worden sind. Düster sieht es aus. Aber auch wir hier haben Probleme. Die Front ist hart bedrängt und der Russe versucht überall weiche Stellen zu finden. Mittlerweile werden die freien Besatzungen zu Infanterieeinheiten zusammengestellt und unseren Fußkompanien zugeteilt. Ich hatte gehofft weiter in der Panzerwerkstatt zu arbeiten aber ich bin jetzt auch in der sogenannten Knobelbecher Feuerwehr gelandet. Wir werden als mobile Infanterie an den Schwerpunkten eingesetzt, sichern Durchbrüche ab oder werden als Begleitinfanterie den Panzern beigestellt. Das ist nicht schön und ich vermisse meinen Panzer und meine Besatzung. Da hat Hermann zur richtigen Zeit eine verpasst bekommen, der ist eh nicht gern gelaufen. Das stille Weihnachtsfest verläuft ohne Angriffsoperationen der Russen. Möglicherweise feiern die ja auch ein wenig Weihnachten. Wir haben ein kleines Essen im Rahmen des Zuges organisiert und jeder hat sich selbst übertroffen beim Organisieren von Speis und Trank. Aber wir schlagen dann doch nicht so richtig zu, wenn der Russe kommt können wir nicht betrunken am Gewehr stehen. Am ersten Weihnachtstag mit einem leichten Kater aufgewacht gibt es schon wieder Alarm. Der Russe greift an drei Stellen gleichzeitig an und droht unseren Eckpfeiler in der Verteidigung zu überrennen. Also wird alles was laufen kann in der Kälte auf die Fahrzeuge geworfen und nach vorne gebracht. In meinem Schützenpanzerwagen liegen einige Panzerbüchsen und ich frage den Herrn Leutnant ob ich mir eine nehmen soll. Ich kenne mich ja schließlich auch mit den Feindpanzern aus und ich weiß wohin ich schießen soll. Schnell sind drei Trupps mit jeweils zwei Mann zusammengestellt und als mobile Panzerabwehr eingesetzt. Wir hören schon den Gefechtslärm und breiten uns auf das schlimmste vor. Der Russe drückt auch auf unsere Stützpunkte, dort haben wir nur noch ein paar Pack und Panzer. Aber der Gegner drückt richtig hart. Gerade recht kommen wir zur Unterstützung. Ich werde mit meinem Richtschützen zusammen zur rechten Flanke befohlen. Kein gutes Panzergelände und deswegen ist dort auch keine Pack eingesetzt. Wir sprechen uns mit den anderen Grenadieren ab und bekommen von einem alten Oberfeld mit einer langen Narbe im Gesicht unseren Feuersektor zugeteilt. Er schärft uns ein, dass hier keine Kette durchkommen darf, sonst ist der Gefechtsstand im Eimer. Wir gehen in Stellung und warten ab. Gefechtslärm von links schwillt immer mehr an, aber bei uns bleibt es ruhig. Etwas Russen Infanterie füllt vor und ein paar Gaben aus dem MG lässt die schnell erkennen, dass hier kein leichtes durchkommen ist. Eine halbe Stunde später kommen die wieder an, diesmal haben die einen T-34 dabei. Na dann mal los. Mit den drei Panzerbüchsen halten wir drauf, aber weder die Kette fällt noch kommen wir durch die Panzerung durch. Ich ziele sorgfältig und nehme mir Zeit. Ich versuche die Lupen oder die Kanone zu treffen. Fehlanzeige, keiner von uns schafft es den aufzuhalten. Mit dem MG wird die Russen Infanterie vertrieben und der Panzer rollt jetzt alleine vor. Wir feuern weiter aber langsam wird unsere Munition knapp. Da springt mein Richtschütze auf und schnappt sich zwei Minen. Wie der Teufel jagt er auf dem Panzer zu, keine 80 Meter entfernt wühlt er sich durch das schlechte Gelände und ist dadurch sicherlich auch abgelenkt. Wir decken unseren Richtschützen so gut wir können. Endlich ist er da und schmeißt die Minen vor die Ketten. Der Panzer rollt weiter und er springt in einen kleinen Graben. Keine Minute zu früh. Die Ketten erreichen die erste Mine und mit einem lauten Knall fliegt die Kette in 1000 Stücke. Die ist ab und der Panzer dreht. Er ist aber nicht außer Gefecht. Die Kanone zielt auf uns und feuert. Jetzt müssen wir ran. Mit den Panzerbüchsen zielen wir jetzt zwischen Kette und Oberwanne. Schuss um Schuss fliegt auf den Panzer zu und es zeigt dann tatsächlich Wirkung. Der schießt nicht mehr. Noch zwei Schuss und der Panzer fängt an zu fallen. Zwei Russen springen raus und wollen weglaufen. Genau in diesem Augenblick kommt mein Richtschützer aus dem Graben hoch und mit seiner Pistole schießt er die beiden Russen nieder. Geduckt springend wie ein Hase kommt er schweißüberströmt zurück und landet mit einem letzten Satz in unserem Schützenloch. Er schnauft ordentlich. Er ist durchgeschwitzt, aber glücklich. Die anderen klopfen ihm auf die Schulter, das war einschneidiger Angriff. Ich gratuliere ihm und er freut sich über das Lob. Der Russenpanzer hätte uns sicherlich noch übel mitgespielt. Nun stürmen die Russen unter Mörserfeuer auf unsere Stellung zu und versuchen es erneut. Aber das MG und die Karabiner halten die Russen auf. Der Angriffsschwung flaut ab und es wird wieder ruhiger. Etwas später erkundigt sich ein Oberleutnant nach dem Qualm im T-34 vor unserer Stellung und ein Oberfeldwebel erzählt ihm von unserem flinken Panzerzerstörer. Schon hat unser Richtschütze den Spitznamen Hase bekommen. Bei Hans ist das ja nicht so weit von Hase entfernt. Glückwünsche werden gerufen und ich denke da wird noch was kommen. Am Abend sind wir zurück und hoffen das es erstmal ruhig bleibt. Aber Fehlanzeige, am zweiten Weihnachtstag müssen wir wieder los. Ich bekomme ein MG und mein Richtschütze wird mein Schütze 2. Diesmal ein anderer Einbruch und alles wird nach vorne geworfen. Der Russe kam so schnell das er eine Feldküche schnappte die gerade auf dem Weg zum vorgeschobenen Stützpunkt war. Nur zwei Männer konnten entkommen und berichten wo der Russe jetzt steht. Also wieder ran und schon haben wir mit unserem SPW Feindkontakt. Hin und her wog der Kampf gegen die Russen Infanterie und nur unser gut gezieltes Feuer der Regiments Artillerie konnte hier noch Schlimmeres verhindern. Schwer abgekämpft und erschöpft kommen wir wieder zurück. Nur noch schlafen. Es gibt noch etwas Suppe und Brot und dann auf die Matratze. Am nächsten Tag ist endlich mal Ruhe und ich besuche Schmidt. Der ist ganz traurig das er wegen des Panzermangels nun wieder Papier bearbeiten muss. Der Spieß hingegen freut sich denn er weiß ja was er an Schmidt hat. Man hört so einiges momentan. Angeblich sollen wir uns zurückziehen. Nun stecken wir schon 3 Monate hier am T-Reck und kommen nicht vorwärts. Ich dachte das wir spätestens im Frühling wieder richtig loslegen können. Wenn wir wieder genug Panzer und Personal haben. Weit wäre es ja nicht mehr bis zu den Ölfeldern. Der Spieß fängt ab und meint das wir erstmal zurück sollen um uns dann neu zu formieren und dann den Russen fertig machen. Bis zur Neujahrs Nacht bleibt es ruhig und wir haben etwas Zeit uns zu erholen. Aber dann wird angetreten und der Zugführer öffnet uns das wir uns taktisch zurückziehen. Die Kämpfe um Stalingrad haben so viele Reserven verbraucht und die Armeeführung will erstmal die südöstliche Front zurückziehen um so Kräfte frei zu machen. Was für eine Schweinerei. Rückwärtsgang schmeckt mir überhaupt nicht. Jetzt geht es erst richtig los. Alles wird zusammengepackt und transportfähig gemacht. Leider haben wir nun das Problem uns kämpfend zurückzuziehen. Alles was Rede hat wird beladen und schon mal zur Auffangstellung geschickt. Schadpanzer und Trosseinheiten verlegen schon, die Kampfeinheiten verbleiben bis zum Schluss und setzen sich dann erst ab. Na Prost Mahlzeit und keine Panzerleute werden gebraucht. Also sind wir wieder Infanteristisch eingesetzt aber es nützt ja nun mal nichts. Wir müssen unseren Einheiten Zeit verschaffen damit die Russen dann weiter hinten richtig aufgehalten werden können. Wir beziehen Stellung und hoffen, dass der Iwan nicht Spitzkrieg was wir vorhaben. Durch die dünn besetzten Linien schafft es der Russe mit einigen T34 durchzubrechen und diese werden erst weit hinter der Front gestoppt. Da kann so eine Absetzbewegung schon mal empfindlich gestört werden. Bis zum 3. Januar bleiben wir noch in Mostok und dann ziehen sich auch die restlichen Truppenteile raus. Wir sind mit die letzten und lassen durch unsere Artillerie nochmal einen ordentlichen Segen auf die vorsichtig vorfühlenden Russen niedergehen. Das verschafft uns etwas Zeit und jetzt nur Rauch auf die Fahrzeuge und ab dafür. Trotz der Störung verläuft der geordnete Rückzug ohne große Zwischenfälle. Hier und da kommt uns der Russe nahe aber die restlichen Panzer und die Luftwaffe hält dazwischen und so kommen wir zügig voran. Es geht Richtung Alexandrovs Koje. Dort sollen wir uns erstmal wieder einrichten. Wir rumpeln mit Lkw und Schützenpanzer Wagen über die noch gut befahrbaren Straßen. Ich sitze mit dem Lkw und wir kauen uns so zusammen dass die Kälte nicht durchkommt. Da bin ich froh über die warmen Sachen von zu Hause. Schal und Handschuhe halten mich schön warm auch wenn es durch die Plane durchzieht. Wir haben sicherlich erst die Hälfte geschafft als unser Lkw anfängt zu rumpeln und dann steht. Wir schauen uns entgeistert an und machen die Heckplane auf. Der Fahrer schimpft und tritt gegen die Vorderreifen. Plattfuß, na das hat uns noch gefehlt. Kein Ersatzreifen dabei und wir müssen die Kiste irgendwie wieder flott bekommen. Die anderen Fahrzeuge sind schon weit vor uns und wir hoffen dass wir nicht die letzten waren. Der Reifen wird abmontiert aber wir haben keine Möglichkeit das zu flicken. Ein Obergefreiter meint dass wir den Mantel mit Lumpen ausstopfen sollen und dann ihn wieder auf die Felge bringen. Das würde wohl erstmal halten. Mit vereinten Kräften können wir den Mantel ausstopfen und den Reifen einigermaßen rund bekommen. Sieht nicht gut aus aber ich denke wir kommen damit auch voran. Zwei Stunden hat das alles gedauert und wir fahren wieder los. Keine Russen hinter uns, also noch mal Glück gehabt. Ich schaue aus dem Lkw raus und sehe doch am Horizont Fahrzeuge auf der Straße. Verdammt doch der Ivan. Schnell klärt sich auf dass es noch Truppenteile des Regiments sind die zu spät losgefahren sind. Langsam aber stetig rollen wir weiter bis zu einer Brücke an der ein Schützenpanzerwagen und ein Panzer IV Langrohr steht. Da müssen wir rüber und dann sollte es passen. Trotzdem werden wir gestoppt und ein Oberleutnant der Panzeraufklärer übernimmt unseren Haufen zur Verstärkung an der Brücke. Er hatte zu viele Ausfälle und will hier nicht dem Ivan die Brücke leicht übergeben. Also bleiben 10 Mann von uns bei der kleinen Kampfgruppe und warten ab ob noch Truppenteile nachkommen. Ich schaue mir das Langrohr an und sehe dass der auch schon ordentlich was mitgemacht hat. Der Kommandant beobachtet angestrengt die Landschaft und wir hoffen dass der Ivan nicht nachstößt. Eine Halbkette rumpelt noch heran und die 2 cm soll uns noch etwas Sicherheit gegen die Russenflieger geben. Ich würde jetzt auch gerne im Panzer sitzen aber wir haben Stellung an der Brücke zugewiesen bekommen und warten ab. Langsam wird es Abend und dann können wir Motorenlärm hören. Keine Flugzeuge sondern Panzer, na Prost Mahlzeit. Knapp 1000 Meter entfernt kommen die T34 aus einer Senke heraus auf uns zu. Schon geht der Tanz los. Die haben unsere Stellung noch nicht erkannt wir wissen aber sicherlich dass wir hier an der Brücke sind. Es geht los und die Russen schießen auf die Brücke oder auf uns. Der Panzer 4 antwortet und schon steht der erste Russe. In schneller Schussfolge werden noch zwei Panzer abgeschossen und die restlichen Russen drehen um. Der Kommandoführer lässt uns von der anderen Uferseite holen und will jetzt langsam abrücken. Die Brücke soll noch gesprengt werden. Also scheinen die Pioniere schon alles vorbereitet zu haben. Wir klettern auf unseren Lkw und fahren los, schützen Panzerwagen und Panzer folgen. Zehn Minuten später fliegt die Brücke mit einem riesen Knall in die Luft und das sollte den Russen erstmal aufhalten. Abends sind wir dann endlich beim Regiment und wie man sieht haben wir sich hier schon ganz gut eingerichtet. Ich hoffe wir bleiben erstmal. Ein paar neue Panzer wären gut, ewig durch die Gegend marschieren gefällt mir nicht so. Ich bin lieber im Panzerturm. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Januar 1943. Die Tage in der Kälte waren nicht so gut für meinen Körper wie ich gedacht habe. Wenn es der Iva nicht schafft dann schafft es irgendwann das Wetter. Seit wir hier in der Auffangstellung angekommen sind ging es mir von Tag zu Tag schlechter. Trotzdem wollte ich mich natürlich nicht vor dem Dienst hier drücken und bin weiter meine Wachen gegangen und habe den Tagesdienst verrichtet. Auch das hat mir nicht gut getan. Es wurde von Tag zu Tag schlechter und auf einmal knickten mir die Beine weg und ich lag auf dem Rücken. Meine Kameraden brachten mich ins Revier und der Arzt stellte eine schwere Erkältung fest und scheinbar hatte ich mir dazu ein Virus eingefangen der einen, wenn man nicht rechtzeitig mit Medikamenten versorgt wird, einen tatsächlich umbringen kann. Nach zwei Tagen im Revier wurde ich dann Richtung Scharkow verlegt. Dort war ein großes Feldhospital eingerichtet und unser Sanitätsfestwebel meinte, dass ich da wohl bis zu zwei Wochen aushalten müsste bis ich wieder voll einsatzbereit wäre. Gesagt getan und es ging im Lazarettzug weit hinter die Front. Ganz angenehm im Liegen zu reisen, wenn nicht der Körper so erschöpft gewesen wäre. Oftmals lag ich in einem Dämmerzustand und wusste nicht wo ich war. Erst in dem großen Lazarett das für knapp 100 Mann ausgelegt war wurde es langsam besser. Trotzdem konnte ich fast nicht aufstehen und war froh dass ich nach vier Tagen endlich wieder alleine auf die Toilette gehen konnte. Der Regenerationsprozess verlief schleppend und ich torffte dass ich schnell wieder auf die Beine kommen würde. Aber trotz der Schonung und Ruhe brauchte es eben seine Zeit. Als der Arzt dort mich wieder und wieder untersuchte fragte ich ihn warum es denn so lange dauern würde. Er erklärte mir, dass wenn ich nicht so eine gute Konstitution gehabt hätte wäre ich wohl schon längst gestorben. Der Virus war wohl selten und sehr schwer zu bekämpfen aber irgendwie hatte ich Glück und bin nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Da kann man hundert Gefechte mitmachen und nichts passiert. Dann kommt eine Krankheit und schon kann es vorbei sein. Als ich wieder aufrecht im Bett sitzen konnte wurde ich mit den anderen Kameraden im Schlafsaal bekannt. Alles Ostfront Veteranen die schon lange am Feinde standen. Wettergegebte Gesichter die schon so einiges gesehen hatten aber trotzdem ihren Humor nie verloren. Beim Skat spielen wurden die haarsträubendsten Geschichten zum Besten gegeben. Einige waren so unglaublich dass man denken wollte dass es doch nun wirklich nicht wahr sein konnte. Einer der Grenadiere erzählt eine Geschichte aus der Nähe von Stalingrad also außerhalb des Kessels wo die Rumäen versuchten die Russenpanzer aufzuhalten. Da dort die eigenen Fahrzeuge schon außer Gefecht waren gingen die Soldaten die Panzer mit Brandbomben und Handgranaten an. Mit dem Mut der Verzweiflung sah er die rumänischen Kameraden auf die Panzer springen um diese aufzuhalten. Ein großer Blutzoll wurde gezahlt und reihenweise wurden die Rumäen von den nachrückenden Russenpanzern abgeschossen. Aber auch die Russen mussten bluten. Am Ende des Angriffes hatten die Rumäen 42 Mann verloren und 7 T-34 ausgeschaltet. Mut der Verzweiflung oder die wollten den deutschen Kameraden beweisen dass sie auch tapfer kämpfen konnten. Ein anderer erzählte von einem blutjungen Ladeschützen einer Paktbesatzung der nachdem alle am Geschütz verwundet waren als letzter an der Pakt blieb und das Feuer auf die Russenpanzer und die Infanterie weiterhin zu lenken. Als der Russe sich dann zurück zog versorgte er erstmal seine Leute und verband die Verwundeten. Dann sammelte er von den beschädigten Geschützen die Munition ein. Am kommenden Morgen versuchten die Russen es wieder und er schaffte es ein zweites Mal den Angriff abzuschlagen. Selbst schon verwundet blieb er noch weitere 24 Stunden in der Stellung bis endlich Ersatz kam und die Verwundeten geborgen wurden. Insgesamt standen 11 qualmende Feindpanzer auf dem Gefechtsfeld. Eine weitere Pakt wurde wieder einsatzfähig gemacht und sein eigenes Geschütz übergab er an einen Unteroffizier. Dann endlich wurde er zurückgebracht und behandelt. Mit Heldenmut und Todesverachtung hat er den rückwärtigen Bereich davor bewahrt überrollt zu werden. Die anderen Soldaten meinten dass der sich sicherlich eine Blechkrawatte verdient hat. Aber auch Tragödien der Zivilbevölkerung wurden erzählt. Familien die nicht mehr fliehen konnten und aus Angst vor uns Deutschen sich und ihre ganze Familie in den Tod schickten. Aber auch die andere Seite das die Dorfbewohner jubelten wenn die deutschen Fahrzeuge ankamen. Es wurde von kleinen Kindern ohne Eltern erzählt die in Lumpen in den kleinen Ortschaften hausten und sich das nötigste für den ganzen Tag zusammenstehen mussten. Auch Frauen die ihre Körper anboten um irgendwie das Überleben zu sichern. Schlimme Sachen was so hinter der Front passierte. Aber am schlimmsten waren die Partisanenerzählungen. Da konnte ich aber auch ein paar Geschichten erzählen. Die Tage vergingen sehr langsam, man hatte ja auch nicht viel zu tun. Ich begann dann morgens, mittags und abends mehrere Runden durch das Lazarett zu drehen um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Diese Spaziergänge führten mich auch in den dritten Stock wo die Offiziere behandelt wurden. Den einen Tag hörte ich ein lautes Geschrei auf dem Flur. Ich blieb stehen und lauschte an der offenen Tür. Ein Soldat schrie scheinbar die Schwestern und die Pflegern an. Worum es genau ging konnte ich nicht verstehen. Ich spähte vorsichtig um die Ecke und als ich sah wer da rumzeterte traf mich fast der Schlag. Alles ging mir wieder durch den Kopf. Die Brücke, das Motorrad, der Kübelwagen, der betrunkene Leutnant und Ferdi. Und da lag er nun im Krankenbett, der Lump. Er schrie die guten Seelen im Krankenhaus an, womöglich wegen einer Nichtigkeit. Ich schlich mich wieder weg aus der Etage. Es wäre nicht klug gewesen sich hier sehen zu lassen. Nachdenklich saß ich auf meinem Krankenbett und überlegte was zu tun sei. Nachts anschleichen und dem Mistkerl den Hals umdrehen. Nein, das wäre nicht der richtige Weg. Dann wäre ich wie er ein Mörder. Aber irgendwas musste ich tun. Die Nacht war dann von Albträumen gekennzeichnet. Schweißgebadet wachte ich mehrmals in der Nacht auf und am nächsten Morgen war ich wie geredet. Ich wanderte auch wieder durch das große Haus und vermiete es in den dritten Stock zu gehen. Ich schnappte aber doch auf als sich die Schwestern über diesen Schreihals im Offiziersbereich ausließen. Ich versuchte die Damen vorsichtig auszuhorchen, aber außer der Information dass die Offiziere da oben gerne mal ein Zwitschern und zusammen Skat spielen kam nichts Interessantes zu Tage. Aber vielleicht war das der Ansatz dem Lumpen eins auszuwischen. Also wartete ich dort oben bis wieder der Alkohol floss und sie dem Skat spielen fröhnten. Ich versteckte mich in der Nähe des Aufenthaltsraums und wartete. An dem Abend ging der Herr, ja mittlerweile Oberleutnant, an seinen zwei Krücken mit den Kameraden zurück in sein Zimmer. Aber nüchtern waren die alle nicht. Wie mein Vater einmal zu sagen pflegte, Rache wird gerne kalt serviert. Also hatte ich Geduld und zwei Tage später ging es dort oben schon wieder hoch her. Nach einiger Zeit hatte er wohl genug und ging auf seinen Krücken mehr Recht als schlecht zu seinem Zimmer zurück. Hier musste er auch eine kleine Treppe von 5 Stufen hinabsteigen um auf seine Ebene zu kommen. Ich schlich also hinterher und als er ansetzte mit den Krücken die erste Stufe zu nehmen schubste ich ihn die Treppe runter und lief weg. Da er eh betrunken war kann er ja einfach selbst gestürzt sein, aber der Sturz würde sicherlich nicht tödlich verlaufen. Als ich wegflitzte hörte ich noch den lauten Aufschlag und dann einen langen Schrei. Also lebte er noch. Ich schlich in mein Krankenzimmer und kroch unter meine Decke. Natürlich haben im Schlafraum die Lanzer mitbekommen dass ich unterwegs war aber verpfeifen würde mich hier keiner. Am nächsten Morgen war natürlich der betrunkene Oberleutnant das Gespräch in jeder Ecke des Lazarets. Ein Bein hat er sich gebrochen, der Arme und eine lange Schnittwunde im Gesicht. Möglicherweise hatte er noch eine Flasche mit dabei oder er war so unglücklich auf die Treppenstufen gefallen, dass die Metallkanten ihm eine Verletzung beibrachten. Mir war das egal, ich freute mich diebisch darüber. Nun musste ich nur noch aus dem Hospital kommen ohne das er mich sieht, dann wäre alles geritzt. Noch zwei weitere Tage und ich wurde endlich wieder frontverwendungsfähig geschrieben. Leider gab es keinen Heimaturlaub also wurde ich wieder zu meiner Einheit in Marsch gesetzt. Den Oberleutnant sah ich nicht mehr aber ich hörte das er wohl für seine Handlung dort und diese Trinkerei eine empfindliche Strafe bekommen hat. Tja da konnte Berlin ihm wohl nicht helfen. Nun macht das alles Ferdi nicht mehr lebendig aber wenigstens konnte ich etwas zurückzahlen. Denn nun hatte ich auch seinen Namen und seine Einheit. Da würde ich jetzt vermehrt drauf achten, möglicherweise treffe ich ihn ja nochmal an der Front. Später konnte ich mir einen fahrbaren Untersatz schnappen und ich machte mich auf dem Weg zu unserer Auffangstellung. In den letzten zwei Wochen hatten wir uns hier gut gehalten und den nachdringenden Russen aufhalten können. Es scheint so als ob der Ivan seinen Pulver verschossen hat und erstmal wieder Luft holen muss. Am nächsten Tag melde ich mich zurück zum Dienst. Freudig werde ich von Schmidt und Hans meinem alten Richtschützen begrüßt. Stolz erzählt Hans mir das er das EK2 bekommen hat. Ja der geknackte T34 das war schon eine Heldentat. Ich hätte das wohl nicht gemacht, da wären mir die MG´s des T34 zu gefährlich gewesen. Aber bei dem ungünstigen Panzergelände haben die feindlichen Panzerleute den Hans sicherlich nicht gesehen, sonst hätte das nie funktioniert. Man sagt immer, dass der Tapfere nur 5 Sekunden länger mutig ist als der Feigling. Das macht den Unterschied. Meine Kameraden erzählen, dass wir neue Panzer bekommen haben, auch wieder 4 Langrohrpanzer und ich hoffe, dass ich endlich einen abbekommen kann. Leider haben wir wieder einen neuen Kompaniechef, der alte ist auch gefallen. Und nun haben wir einen alten Oberleutnant bekommen, der als Panzermann in Frankreich schon schwer verwundet worden ist. Ein Arm ist steif und sein rechtes Auge fehlt, aber scheinbar ist ein guter Truppführer. Ich hoffe ich bekomme ein Panzer 4 Lang. Aber mit den neuen Panzern kamen auch neue Kommandanten. Das wird dann sicherlich wie immer laufen, die Frischlinge kriegen alte Richtschützen und helfen denen aufs Pferd. Etwas später wird mir ein junger Leutnant vorgestellt und erklärt mir, dass ich sein neuer Richtschütze bin. Natürlich würde ich gerne selber als Kommandant fahren, aber als Richtschütze in einem Langrohr das will ich auf jeden Fall. Die restliche Besatzung wird zusammengestellt und wir kennen uns schon alle aus den verschiedenen Einsätzen. Hermann scheint auch auf dem Weg der Besserung zu sein. Der Spieß meinte, dass er wohl in 4 Wochen wieder bei seiner Truppe ist. Na dann mal ran an unseren neuen Panzer. Ich frage den Herrn Leutnant, wie er den Panzer nennen will. Er schlägt den Namen Rosinante vor und ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Also hat er kein Mädchen zu Hause und deswegen sicherlich der Name. Aber warum nicht? Er ist der Kommandant, er entscheidet. Also Rosinante soll es sein. Mir gefällt es und ich muss nur dem Fahrer noch erklären, wo in der Geschichte dieser Name auftaucht. Die nächsten Tage machen wir ein paar Übungen mit den neuen Panzern, da es an der Front doch recht ruhig ist. Auch ein Schießabschnitt wird durchgeführt, damit wir die Optiken nochmal einstellen können. Aber es passt alles soweit und ich muss sagen die fleißigen Handwerker im Reich haben uns wieder mal ein tadelloses Fahrzeug an die Front gebracht. Bald geht es wieder los, ich kann es kaum erwarten wieder gegen den Iwan zu fahren. Tagebuch Ostfront Hereskope Süd Januar 1943 Es geht mehr Recht als schlecht geordnet rückwärts. Die Panzer die wir noch haben werden in einer beweglichen Kampfstaffel zusammengefasst und dort massiert eingesetzt wurde Russe uns bedroht. Gerade bei diesen Absetzbewegungen ist es wirklich von größter Wichtigkeit, dass die Truppführer genau wissen wo die Einheiten stehen. Leicht kann eine russische Kavallerieinheit durchbrechen und plötzlich von der Seite kommen. Oder auch T-34 und andere Russen Fahrzeuge erscheinen dann plötzlich im Hinterland und spielen wilde Sau. Es ist viel los und noch immer wissen wir nicht genau wie weit wir noch zurück müssen. Die erste Auffangstellung liegt ja nun weit hinter uns und der halbe Januar ist schon rum. Ich frage mich wie weit der hart erkämpfte Boden aufgegeben werden soll oder holen wir doch nur Schwung für die Sommeroffensive? Fragen über Fragen. Wir stehen wieder mal Sicherung an der Rollbahn und haben den Auftrag nachstoßende Russenpanzer auf große Distanz zu bekämpfen. Aber nur zwei weitere Fahrzeuge stehen mit uns in der Deckung. Ein Panzer III und eine Handvoll Grenadiere mit einem Lkw. Sollte aber reichen. In den letzten Tagen ist der Ivan vorsichtig geworden. Sobald er irgendwo eines vom Langrohr auf die Nase bekommt ist dort erstmal Ruhe und es wird woanders versucht. Ewig können wir das Spiel natürlich nicht spielen. Kalt ist es und der Kommandant lässt nur alle 30 Minuten den Motor laufen damit hier nichts einfriert. Wir wechseln uns ab im Panzer und können uns bei den Grenadieren aufwärmen. Die haben auch ordentlich was zu essen von der letzten Feldküche bekommen die hier durchgefahren ist. Da holen wir uns natürlich was ab, trotz des Rückwärtsganges ist eine gute Stimmung unter den Männern. Ein Feldwirbel mit ordentlich Abzeichen an der Brust macht sich über den blutjungen Leutnant lustig. Ich fange ihn ein und meine, dass er zwar jung ist mein Kommandant, aber er ist kein Hasenfuß. Die letzten beiden Gefechte hat er den Panzer gut geführt und ich hatte nicht viel entgegen zu setzen. Seine Entscheidungen waren richtig. Er hat trotz der wenigen Fronterfahrung scheinbar ein Händchen für die Panzerei. Aber Witze werden immer gemacht und ein Unteroffizier fragt mich warum wir noch keine Abschussringe am Panzer haben. Ich erkläre ihm, dass wir den Panzer erst vor ein paar Wochen bekommen haben und die paar Abschüsse mit der Rosinante noch nicht aufmalen konnten. Ich glaube 3 waren es mit der Besatzung. Das wäre ja nicht viel meint ein anderer, dann müssen wir wohl noch mal ran und dem Ivan richtig eins aufs Feld brennen. Ich will gerade etwas erwidern, denn langsam wird mir das hier zu bunt, aber ein älterer Oberfeldwebel weist den Unteroffizier zurecht, er solle doch den Mund halten. Er schaut mich an und dann sagt er so laut, dass es alle hören können. Der Rudolf hier, da hat doch bestimmt 40 Panzer erledigt oder? Und der Hans hat den Russenpanzer im Alleingang geknackt. Alle Augen sind auf mich gerichtet und ich erkläre, dass es so um die 34 Abschüsse sein müssten, aber ich habe nicht alles gezählt und außerdem wird auch nicht jeder Abschuss mir zugerechnet, als Richtschütze ist das etwas anderes. Trotzdem waren die Männer dann doch beeindruckt und schon wanderte ein Flachmann in meine Richtung. Schnell einen kleinen Schluck gegen die Kälte und eine Zigarette hinterher. Dann riecht es keiner, gerade der neue Kommandant hat es nicht so gern wenn wir was trinken. Ach wo denke ich mir, eine Maschine muss ja auch geschmiert werden. Rufe werden laut und ich flitze aus dem LKW Richtung Rosinante. Ich klettere auf den Turm und sitze innerhalb von Sekunden an der Optik. Zielansprache, feindliche Panzer 2 Uhr, Entfernung 1000. Ich richte an und warte auf den Feuerbefehl. Aber es kommt nichts. Ich denke er will die Stellung nicht so schnell verraten und wartet mit dem ersten Schuss. Der andere Panzer schießt eh nicht, der schafft das mit seiner 5cm Kanone sowieso nicht. Dann hören wir die Stalinorgel Geschosse und der ganze Segen geht ca. 1km links von uns in das Wallstück. Da hatte Ivan uns vermutet. Schlau gemacht, ich hätte mich da rein gestellt aber der Kommandant meinte, dass wir hier an dem Knick besser stehen sollten. Zwar weniger Fliegerdeckung aber dass wir hier stehen damit rechnet keiner. Jetzt sind auf dem Gefechtsfeld auch Infanteristen zu sehen und unsere Grenadiere liegen hinter ihren MGs und warten ab. Ich verstehe die Russen nicht. Warum fahren die nicht einmal Aufklärung und dann gehts voran. Die schmeißen immer alles nach vorne, nehmen die Verluste hin und massieren dann erst ihre Kräfte. Das muss auf die Dauer doch schief gehen. Bei knapp 600m Entfernung halten die feindlichen Panzer an, schön vor unserer Nase. Jetzt schicken sie die Infanterie vor und die kleine Kolchiose rechts von uns wird untersucht. Die können wir zur Not auch in Brand schießen. Wir warten ab. Drei Feindpanzer auf dem Vorfeld, ca. 100 Rotarmisten. Jetzt kommen auch noch zwei LKWs mit Packgeschützen angerumpelt. Die sind nach meiner Meinung aber die größere Bedrohung. Ich erkläre dem Kommandanten die Lage und er lässt auf Sprenggranaten umladen. Er klopft mir auf die Schulter und meint, dass ich dann erst die beiden Packgeschütze bekämpfen soll. Noch weitere 5 Minuten vergehen und nun beginnt der Russe die Packs in Stellung zu bringen. Die rangieren hin und her aber ich visiere die LKW an, denn dort ist die Munition drin. Alle warten weiterhin ab bis wir das Feuer eröffnen. Wir warten noch. Ich schwitze, nun aber los denke ich bei mir. Dann kommt endlich der Befehl Feuer und die erste Granate verlässt das Rohr. Treffer im ersten LKW und die Munition zerreißt den LKW und schleudert das Geschütz nach vorn. Die sind alle zu Klump geschossen. Panik bricht aus und die Packsoldaten der Roten versuchen schnell das zweite Geschütz feuerbereit zu machen. Ich schieße aber diesmal zu kurz, knapp am Geschütz vorbei, aber trotzdem sind ein paar Russen vom Geschoss zerrissen worden. Nachgeladen und wieder eine Granate raus. LKW getroffen und die Banausen laufen dort rum. Also letzte Sprenggranate in die Stellung und dann ist auch diese Pack im Eimer. Sie zeigt mit dem Rohr nach oben, die schießt nicht mehr. Nun haben uns aber die Russenpanzer entdeckt. Ein Hagel aus MG und der 5cm Kanone vom Panzer III lässt die feindliche Infanterie nicht zur Ruhe kommen. Die ersten Panzergranaten der T-34 landen in unserer Stellung aber durch den Knick an dem wir stehen können die uns nicht viel anhaben. Ich habe den ersten Feindpanzer in der Optik, ziehe ab und treffer, der brennt. Die Russen versuchen zickzack zu fahren aber das Spiel kennen wir. Auf die Entfernung braucht man nicht mal vorhalten. Die fahren selber so in die Optik dass man nur kurz abwarten muss. Aber dann landen die doch einen Glückstreffer am Turm und wir werden ordentlich durchgeschüttelt. Nun hat der Kommandant es auch begriffen und lässt den Kopf im Turm. Er hat ja die Winkelspiegel und braucht die Rübe nicht raushalten. Noch mal scheppert es aber der ging auf die Blende vorne. Die wollen es wirklich wissen die Lumpen. Der ganz rechte Panzer hat wieder angehalten und ich ziele zwischen Turm und Wanne. Der Schuss bricht und man kann förmlich das Geschoss in den Turmkranz eindringen sehen. Als ob der Panzer husten will bricht er auseinander und der Turm wird hochgeschleudert. Der ist also auch weg. Einer ist noch über. Der Panzer III hält mit seiner 5cm drauf aber kommt nicht durch. Ich kenne die Kette ist schon ab und nach dem dritten Treffer qualmt auch der Panzer. Erledigt. Die restlichen Rotermissen die nicht im Feuer der MGs gefallen sind ziehen sich schleunig zurück. Nun aber schnell einpacken und Stellungswechsel bevor der Ivan uns aufs Dach haut. Zehn Minuten später sind wir schon in dem Waldstück angekommen wo vorher die Katyushas reingeschmissen haben. Wir gehen Stellung und richten uns ein. Kaum Minuten danach geht ein ordentlicher Atenderieschlag auf unsere alte Stellung nieder und haut alles kurz und klein. Gut gemacht denke ich bei mir, der Leutnant kann was. Wir steigen aus und schauen uns die Dellen am Turm an. Nichts wildes aber es klingelt doch ganz ordentlich wenn wir einen Treffer abbekommen. Die Grenadiere gratulieren uns zu den Abschüssen und nun könnten wir schon 5 Ringe aufmalen. So kann das weitergehen meine ich zur Besatzung, alle sind zufrieden und wir haben dem Ivan mal wieder gezeigt wie scharf unser Schwert doch ist. Leider haben wir auch zwei Verwundete und müssen die mit dem LKW zurückschicken. Wir spannen im Wald ein paar Zeltbahnen auf und legen alles mit Tannenzweigen aus. Ist zwar kein LKW aber aushalten kann man es hier doch. Wir haben Befehl bekommen bis morgen Mittag den Rückzug zu decken und dann werden wir von den Panzeraufkläern abgelöst. Also teilen wir uns die Wachen mit den anderen ein und legen uns unter den Panzer zum Schlafen. Die Nacht verläuft recht ruhig, ein paar Leuchtkugeln und sicher schickt der Ivan Spähtrupps raus um uns zu finden. Aber unsere Grenadiere hier sind alte Hasen und wissen was zu tun ist. Gegen 3 Uhr morgens knallen dann die MPs und ein feindlicher Spähtrupp versucht uns auszuheben. Aber das war nichts. Ohne Gnade werden die Russen niedergekämpft und nachdem alles vorbei ist haben wir vier tote Russen und zwei Gefangene. Aber wir haben auch wieder zwei Verwundete. Einer aus dem anderen Panzer, der hat ein paar Handgranatenspille abbekommen und ein Obergefreiter mit einem Schulterdurchschuss. Aber der Obergefreiter ist ein zäher Bursche, der nachdem er einen ordentlichen Verband bekommen hat und dazu einen Schluck Rum die Zähne zusammenbeißt und bis zum nächsten Morgen abwarten muss. Die Gefangenen werden ausgefragt und wir stellen fest, dass uns eine ganze Garde-Division auf den Fersen ist. Na, das sah gestern nicht nach Garde aus aber mal abwarten. Wir geben den Russen was zu essen und müssen sie doch irgendwo anbinden. Etwas später wieder ein Tumult und auch Geschrei, die Russentürmen. Wie der Teufel rennen die über die Wiese in die Richtung der eigenen Reihen. Mein Kommandant schnappt sich ein Karabiner und stellt sich auf den Panzer. Er legt an, die sind sicher schon 100 Meter weg. Der Schuss knallt, der erste Russe bricht zusammen. Der zweite Schuss knallt und auch der zweite Russe fällt um. Die Er sichert das Gewehr und gibt es dem Grenadieren zurück. Später als wir alleine sind frage ich mal nach. Schützenverein meint er mit einem Grinsen, aber nicht verraten. Er meint dann noch, dass die Russen uns sicher sofort verfiffen hätten, also war es notwendig, dass die nicht bis zu ihren eigenen Leuten kommen. Recht hat er, so bleibt es wenigstens den Rest der Nacht ruhig. Aber morgen geht es weiter zurück. Wie weit zurück? Das ist die große Frage. Tagebuch Ostfront Heerskop Süd Januar 1943 Wir sind wieder im rückwärtigen Bereich des Regiments. Endlich ein paar Tage Ruhe und wir können uns mal etwas ausschlafen. Die Rosinante haben wir an Besatzung Bauer abgegeben, schweren Herzens, aber es hilft ja nichts. Momentan haben wir noch mehr Besatzung als Panzer und da einsatzfähige Fahrzeuge sowieso dauernd irgendwo gebraucht werden, können die Besatzung immer zwei Tage fahren und kämpfen und dann zwei Tage ruhen. Naja aber Ruhe sieht anders aus. Als ältester im Panzer muss ich mit dem Leutnant den Papierkram erledigen. Das macht nicht immer Spaß, aber er meint das würde mir nicht schaden. Das sollte man alles wissen und können. Wenn ich dann selber einen Panzer befädige würde mir das schon helfen. Ich überlege ob er nicht weiß, dass ich eine Zeit lang als Kommandant eingesetzt war oder ob er es nur vergessen hatte. Ich bleibe etwas ungehalten, weil ich doch etwas stolz bin auf meine Zeit im Kommandantensitz. Schnell merkt er es und schaut mich nachdenklich an. Ich weiß um die Kommandantenzeit sagt er zu mir, aber den Papierkram haben die anderen mitgemacht. Nicht weil einem Obergefreiten das nicht zugetraut wurde, die wollten alle nur helfen. Nun musst selber ran, als Uffts oder Feldwebel hilft dir da keiner mehr. Nun er hat ja recht, ich habe mich immer etwas davor gedrückt und freute mich auch über die Unterstützung der Kameraden. Ich besuche Schmidt, der in seiner provisorischen Schreibstube mittlerweile einen kleinen Hund hat. Ein kleiner Mischling ist das, gut erzogen, der aber nur auf russische Kommandos hört. Sicher ein Spion vom Ivan scherze ich. Immer wieder aber lässt der Kleine sich bei mir nieder und will gekrault werden. Schmidt und ich unterhalten uns über die Lage. Der Wechsel zwischen Frost und Tauwetter macht die Straßen nicht besser. Er lässt durchblicken, dass wir wohl noch weiter zurück müssen um natürliche Indernisse wie Flüsse in die Verteidigung gegen die Russen einzubauen. Ich kann nicht verstehen wo der Ivan die ganzen Leute hernimmt. Irgendwann muss doch mal diese Quelle versiegen. Man hört auch immer wieder das große Konvois mit Hilfsgütern aus Amerika nach Russland gelangen. Amerikanische Panzer, Lastwagen und Flugzeuge werden da ein großer Stückzahl angeliefert und unsere U-Boote erwischen nicht alles Schiffe. Sei es drum, wenn wir uns richtig positionieren und eine gute Verteidigung bis zum Frühjahr aufbauen kann der Russe sich an unseren Geschützen zu Tode rennen. Dann haben wir wieder genug Panzer und auch Männer um mit eiserner Faust hart zurückzuschlagen und den Ivan dann ein für allemal niederzuwerfen. Wir haben ja nun auch schon oft genug erlebt, dass der Russe sich an Packstellung oder gut getarnten Panzerstellung die Zähne ausbeißt und dann dort verblutet. Und auch öfters haben wir schon als Panzerabwehr fungiert und die Lumpen mit unseren Panzern 3 im Verbund mit den 8 Achtern aufgemischt. Als wir so über die Panzerabwehr plaudern sprechen wir auch über die neuen Tiger die jetzt in großer Stückzahl an die Truppe kommen sollen. Das wäre was, so ein Koloss mit seiner schweren 8 Achter Kanone die alles zerstören kann. Viel wissen wir ja noch nicht über die Fahrzeuge aber der Spieß hat wohl ein paar mehr Informationen. Ich locke ihn mit einer Tasse Kaffee zu uns und lenke das Gespräch auf diesen Panzertyp. Er erzählt, dass sein älterer Bruder bei der Ladoga-Seeschlacht im Nordabschnitt dabei war. Er hatte geschrieben, dass dieser Riesenpanzer unzerstörbar gegen die Russenpanzer vorgefahren ist, dann einfach angehalten hat und in aller Ruhe einen nach dem anderen abgeschossen. Die feindlichen Granaten prallten nur so ab und als der Panzer sich verschossen hatte fuhr er einfach wieder zurück. Nur das Gelände war dort nicht so günstig für die Panzer, trotzdem hat der Russe ordentlich was abbekommen. Tolle Sache, mit dem Panzer kann uns der Russe nichts mehr. Unser Langrohr ist schon wirklich ein guter Panzer aber so ein Tiger? Eieieiei, das wäre was für mein Vaters Sohn. Der Tag vergeht wie im Flug, man hat immer was zu tun. Besorgung hier, zum Trost da, mit den Russen Hiwis was erledigen, wieder Papierkram, ein paar Briefe beschreiben und so weiter. Die Panzerspäher brauchen mal wieder einen Richtschützen für ihre Panzerspähwagen und ein Kommandant dort hat mich angefordert. Wir haben damals bei Mostoc zusammen die Kameraden rausgeholt und das hat er nicht vergessen. Ich melde mich bei meinem Leutnant ab, der ist nicht so begeistert aber sagt mir noch, dass ich nicht den Helden spielen soll, ich werde ja noch gebraucht. Gesagt getan. Am Nachmittag melde ich mich bei den Panzerspähern und wir sollen Erkundung in Richtung Süden fahren und schauen, ob der Russe da schon durch die Wälder vormarschiert. Eigentlich ist das Gelände dort unüberwindlich für Panzer, aber bei dem Ivan muss man mit allem rechnen. Also wieder rein in die kleinen Dinger, schnell ran und schnell weg, bloß keinen großen Feuerkampf, dafür sind die 222 nicht gemacht. Wir brausen los und versuchen die schlammigen Straßen nicht zu benutzen. Liebe über die Felder, das rumpelt zwar etwas mehr, man bleibt aber nicht stecken. Ich sitze entspannt an der 2cm und warte ab. Wir brauchen sicher eine gute Stunde bis zu dem Gebiet und ich bin auch nicht mal aufgeregt. Wir klären ja nur auf. Wenn da Russenpanzer sind, drehen wir ab und holen Verstärkung oder rufen die Luftwaffe. Nach knapp 30 Minuten rumpelt es doch etwas mehr als sonst, obwohl die Strecke nicht uneben erscheint. Der Fahrer meldet Probleme und wir halten an. Schnell wird festgestellt, dass ein Vorderreifen platt ist und wir uns wohl irgendwo was reingefahren haben. Also Radwechsel ist ja alles dabei um das mal fix zu machen. Der zweite Aufklärer will aber weiter, da die Ergebnisse dringend für die weitere Aufklärung benötigt werden. Ohne Rückendeckung weiterfahren hätte ich nicht gemacht, aber die Panzerspeher verlassen sich auf ihre schnellen Fahrzeuge. Die brausen los und ich helfe unserem Fahrer den Reifen abzubauen. Es scheint ewig zu dauern bis wir endlich das Rad abgeschraubt haben. Die Bolzen waren so fest, da hat die Instes wohl doch zu gut gemeint oder das Schmierfett zwischen Radmutter und Gewinde vergessen. Wir setzen das neue Rad drauf und können plötzlich dumpfe Abschüsse hören. Der Kommandant steht oben auf dem Fahrzeug und schaut angestrengt durchs Fernglas. Er ruft uns zu, dass da wohl irgendwas schief gelaufen ist. Aber sehen könnte er noch nichts. Jetzt legen auch wir einen Zahn zu. Rad drauf, Muttern angezogen und nach weiteren 10 Minuten ist der Wagen wieder einsatzbereit. Ich klettere wieder ran an meine 2 cm und sehe den Kommandanten fragend an. Er schaut noch immer durchs Fernglas und dann ruft er plötzlich, dass der andere Spähwagen zurückkommt. Wie der Teufel fährt er durchs Gelände, dass der Wagen nur so springt. Wir lassen den Motor an und drehen schon mal das Fahrzeug, damit wir zur Not auch schnell los können. Mit einer Vollbremsung kommt der Wagen neben uns zum Stehen. Blutüberströmt schaut der Kommandant heraus und ruft uns zu, dass da eine ganze verdammte Russenband im Wald hockt. Die haben gleich losgefeuert und den Wagen frontal getroffen. Der Rechtsschütze liegt mit zerschmettertem Schädel im Wagen. Der Kommandant hat ordentlich Spittel abbekommen und seine Hand sieht schlimm aus. Ich will rüber und helfen, aber er winkt ab. Er wickelt sich einen Lappen um die linke Hand und meint, wir sollten jetzt schnell abdüsen, der Ivan ist hinter uns. Wir lassen den anderen Wagen vorfahren und hängen uns dahinter. Und schon schlagen Granaten neben uns ein und wir fangen an in Schlangenlinien zu fahren um kein leichtes Ziel zu bieten. Über Funk versuchen wir die Abteilung zu informieren, wir kommen aber nicht durch. Also weiter wie der Teufel. Nach 10 Minuten sind wir außer Schussreichweite und der Wagen vor uns wird immer langsamer. Er hält an. Ich kann den Kommandanten auch nicht mehr sehen. Wir steigen aus und flitzen zum Kameradenfahrzeug. Der Kommandant ist bewusstlos geworden und der Fahrer hat wohl auch was abbekommen. Also verarzt wir die beiden erstmal und legen die dann bei uns ins Fahrzeug. Der Kommandant hat schon viel Blut verloren aber ich binde ihnen den Arm ab damit es übersteht. Beim Richtschützen ist nichts mehr zu machen. Unser Kommandant übernimmt den zweiten PSW und zwängt sich ans Steuer. Ich bleibe im Turm und versorge weiter den Kommandanten. Wir fahren zurück. Nicht ganz so flott aber doch zügig. Jetzt haben wir auch Funkverbindung und melden den feindlichen Verband. Nach weiteren 20 Minuten sind wir endlich wieder zurück in unserem provisorischen Lager und versuchen dann die Verwundeten aus den Fahrzeugen zu holen. Viele Hände helfen mit und wir übergeben die Verwundeten den Sanitätern. Ein Kampfverband aus fünf Panzern macht sich gerade fertig um gegen die festgestellte Bedrohung zu fahren. Im Verbund mit der Luftwaffe werden die da schon aufräumen. Ich stehe am Wagen und rauche. Wir müssen den anderen Richtschützen noch rausholen. Ich glatte wieder rein und schaue nach unten. Der halbe Schädel ist weggerissen. Der war sofort tot. Ein Einschlussloch direkt neben der 2cm durch den Turm in den Kampfraum. Hat den voll erwischt und das dünne Blech schützt einen hier nicht wirklich. Das hätte mir auch passieren können. Weitere Panzerspeher kommen dazu und helfen den Toten zu bergen. Ein Feldwebel meint zu mir, dass der Name des Richtschützen Günther war. Der Unteroffizier war schon seit Polen dabei. Ein echter Teufelskerl mit neuem Leben. Für jeden Spaß zu haben und wenn es eng wurde war er die Ruhe in Person. Letzte Woche Vater geworden. Den Bub konnte er dann doch nicht sehen. Nachdenklich schaue ich hinterher als der Günther weggebracht wird. Wenn es mich mal erwischt, was die Kameraden dann wohl über mich sagen werden. Ich verliere mich in meinen Gedanken bis mich mein Leutnant an der Schulter rüttelt. Ob das in Ordnung wäre, da ich ja voller Blut bin. Ich schaue ihn lange an und kann dann nur entgegnen, dass es nicht mein eigenes Blut ist. Er lässt mich dann auch in Ruhe und ich mache mich auf dem Weg zur Unterkunft. Erstmal andere Klamotten anziehen und waschen. Was für eine Tragödie wieder. Eigentlich wie jeder Tag. Ich stelle mir vor wie Gudrun die Nachricht bekommt, dass ich gefallen bin. Das muss ich hier schnell wieder verdrängen. Denn wer hier vorne an der Front an den Tod denkt, der wird dann auch abgeholt. Also Kopf hoch und weiter gehts. Morgen kriegen wir die Rosinante wieder und dann gehts zurück an den Feind. Mit ein wenig mehr Stahl vor der Stirn als sonst. Am Abend bin ich nochmal zu den Panzersperren eingeladen worden. Die wollen sich bedanken für die gute Kameradschaft beim letzten Einsatz und für die Versorgung der Verwundeten. Ein schöner Abend mit den Kameraden und auch die erzählen wie sich die Reihen immer weiter lichten. Von den Kameraden die 41 Meter an die Ostfront kamen sind nur noch knapp 50% da. Der Rest ist entweder verwundet oder gefallen. Ist ja fast wie bei uns aber ich glaube die Infanterie trifft es bei solchen Vergleichen deutlich härter. Wir malen uns aus wie es wohl auf einem Schlachtschiff wäre mit meterdicken Stahl um einen herum. Da ist man dann schon sicher und es kann einem nichts passieren. Einer meint dann das es bei dem Schlachtschiff Bismarck auch nicht genutzt hat. Die sind trotzdem versenkt worden. Die haben sich selbst versenkt meint einer noch. Genau werden wir es wohl nicht mehr feststellen können. Leicht angeheitert begebe ich mich zu meinem Quartier und schreibe noch ein paar Zeilen auf. Was wird der nächste Tag für mich bringen?